Herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf meinem Podcast. Ich bin Fritz von Berlin-Babel. Podcast-Gast heute ist Bodybuilding-Urgestein Andreas Bosse. Kann man schon sagen. Kann man so sagen. Kann man sagen. Machst du mich wieder älter als ich bin. Aber kann man so sagen, von der Zeit her kann man das so sagen. Kann man schon. Aus meiner Perspektive und auch im Amateur-Bodybuilding einer der wenigen. Genau, um reinzustarten, lass uns gleich rein starten. Wer ist Andreas Bosse? Wo kommst du her? Wo soll ich ganz vorne anfangen? Ganz vorne. Ganz vorne soll ich anfangen. Also Original-Urgestein bin ich, weil du gerade so sagst, bin ich ein Frankfurter. Frankfurt-Oder, also ein Ossi. Oder ganz einfach gesagt, bin noch ein alter DDR-Bürger. Ja, bin noch 48. Werd aber heute 49. Also in einem Jahr werd ich 50. Und ja, was soll ich sagen. Ich bin aus Frankfurt-Oder über die Jahre dann Richtung Berlin gewandert. Jetzt schon seit 2000, also 24 Jahren, Potsdam ansässig. Und wahrhaftig seit 24 Jahren mit dem Gym ansässig. Dem Eastside-Mekka. Ja. Und in Veit. Das ist erstmal so kurz zu meiner Geschichte hier. Genau. Wie bist du zum Kraftsport gekommen? Das ist mal so eine... Also, passt auf. Ich bin ja selber auch viel in meinen Live-Shirts, wo ich das oft schon mal erzählt habe. Ich fange mal anders an. Ich bin ein DDR-Kind. DDR-Kinder haben... Also viele wissen es wahrscheinlich da draußen, gerade die so in meiner Altersklasse sind. In der DDR wurde eben Sport schon von Kind auf gefördert. Das heißt, die haben im Kindergarten schon geguckt, wer will Fußballer werden, wer will Handballer werden, wer will Kraftsportler, Radsporter werden. Ich habe alles durchprobiert und habe in jungen Jahren sehr erfolgreich Radsport schon gemacht in der DDR. Also mit Bahnradsport, Vierer-Radsport. Also richtig gut. Wäre auch zur Sportschule, früher KJS genannt, gegangen. Dann kam natürlich die Wende, meine Pubertät und dann habe ich das hingeschmissen, wahrhaftig und dann habe ich rumgedümpelt. Und dann habe ich durch Freunde damals, die in der Sportschule waren, Ringer, Boxer, Gewichtheber, habe ich quasi mal ab und zu in die Räumlichkeiten dieser Sportschule mitkommen können und da gab es Kraftgeräte. Jetzt muss man dazu sagen, wenn ich nochmal zurückgehe, dich muss ja auch irgendwie sowas schon immer interessiert haben, wenn du sagst, du findest Muskeln cool. Das müsst ihr sehen, mit sechs, sieben, acht, neun Jahren hast du halt Filme gefeiert. Also ich als Kitty habe mit ihr gefeiert, kennst du die Monumentarfilme von früher noch so? Also Zyklopen, Odysseus, dieser ganze Kram, so aus den 60er Jahren so eine Filme. Da gab es halt einen Kirk Douglas, jeder kennt den heutigen, wie heißt der, der Schauspieler hier. Die waren damals für mich schon extrem, auch ein Willetou war für mich damals extrem. Ich rede ja als sexy mehrere People, aber du musst ja irgendwie eine Ambition gehabt haben, um zu sagen, ich finde so ein bisschen muskulöse Männer irgendwie cool. Das fand ich immer schon irgendwie cool, das hat auch mein Vater damals schon so gemerkt. Ja, dann kam so die Wende und in Frankfurt-Oder hat sich, es gab ja zu der Zeit nicht wirklich Gyms, es gab zwar eine Szene, da könnten wir vielleicht später nochmal zukommen. Das hat sich später ergeben, dass ich das alles mal so erfahren habe. Also ich bin dann in der Wendezeit quasi mit den Jungs dort immer ab und zu mal in den Hallen gewesen und dann habe ich gemerkt und gesehen in der Sportschule, dass der Gewichtshöberklub dort oben, die ganzen Gewichtheber, vielleicht kennen viele auch diese Sportschule Frankfurt-Oder, da kommt Henry Maske kam daher, Axel Schulz als Boxer, dann unser Gewichtheber, Olympiasieger, ich weiß gerade den Namen von ihm nicht, den müsstest du eigentlich kennen, der damals da seine Frau verloren hatte, Matthias Steiner, der hat auch von da, also die Sportschule Frankfurt-Oder war richtig bekannt und ich habe gar nicht weit weg von dort gelebt. Und diese Gewichtheber haben damals da ein Fitnessstudio aufgemacht und genau da, um es mal zu Beginn zu sagen, habe ich mal angefangen. 35 Mark bezahlt damals, aus eigener Tasche und mein Vater hat gesagt, naja, dann probiere ich da mal aus. Und ich glaube, keiner meiner Familie hat gedacht, dass ich da so dran hängen bleibe. Und von Tag 1, und kann ich einfach so sagen, bin ich diesem Sport verfallen. Das ist für mich, also nicht Bodybuilding, Leistungssport. Ich will auch mal davon wegkommen, dass wir immer alles, was ich mache oder was wir so im Wettkampf-Mäßigen nennen, wir immer alles Bodybuilding. Du betreibst Bodybuilding, jeder Functionalsporter macht Bodybuilding. Wir wollen alle unseren Körper formen, in welcher Form ist das scheißegal. Ob ich abnehmen will, ob ich mich erhalten will, ob ich schlank und drahtig sein will, ob ich richtig Muskelwerke aufbauen. Und wir machen alle Bodybuilding. Und ja, da habe ich da einfach angefangen und habe zum Teil auch bei den Gewichtthemen mittrainieren dürfen. Mich hat eins immer schon fasziniert, viele wissen das, ich bin ein absoluter Legs-Lover. Also Beine ist für mich immer schon so eine, auch heute noch wichtig im Bodybuilding, was viele leider nicht haben, Beine. Und da habe ich damals das erste Mal richtig fette Beine gesehen in Leggings, die da einfach gebeugt, gemacht haben. Hat mich richtig inspiriert. Und klar war natürlich auch im Oberkörper zu trainieren und die hatten Fitnessstudio und da habe ich angefangen. Aber es gab schon eine Koryphäe damals in Frankfurt-Oderen. Ich nenne einfach mal den Namen, der heißt Frank Schark mit seinem Partner. Frank Schark war ein richtig erfolgreicher Bodybuilder, aus der DDR-Zeit rüberkommt, aus dem Powerlifting. Eine absolute Erscheinung. Mit dem habe ich übrigens dann mal später noch zusammen auf der Bühne gestanden. Auch alles so geile Anekdoten eigentlich. Der hat nachher ein perfektes Gym schon eigentlich für die damalige Zeit aufgemacht in Frankfurt. Und da sind alle hingerannt. Also die haben damals da, glaube ich, richtig gut Geld mitverdient, schon in den ersten Jahren nach der Wende. So, du willst meine Geschichte hören. Dann habe ich eine Frau kennengelernt in Frankfurt, oder mit 16. Ja, die war damals 19 Jahre und die, ihr Papa, oder anders, die kam aus einer anderen Stadt, aus Fürstenwalde. Ich war aus Frankfurt, sie war aus Fürstenwalde. Habe ich kennengelernt, dann habe ich sie besucht natürlich in Fürstenwalde. Und ja, was ist passiert? Ja, wir können ja mal ins Fitnessstudio von meinem Papa fahren. Ich so, wie, der Papa hat ein Fitnessstudio? Ja, und dann habe ich Karl-Heinz Heise kennengelernt. Ja, das ist ein Mann, der ist heute 75 Jahre alt. Also viele, die mich verfolgen, wissen ja, ich hatte jetzt gerade vor acht Wochen in Mailand meinen letzten Wettkampf. Und der Mann ist seit meinem 16. Lebensjahr quasi mein Mentor an meiner Seite. Also ich habe, weil mich immer alle fragen, ob ich einen Coach habe. Ich habe keinen Coach, ich habe einen Mentor. Das ist so in erster Linie mein Freund. Ein zweiter Vater immer gewesen, muss ich so sagen, an meiner Seite. Und immer für mich da gewesen, bis heute. Und von dem habe ich eigentlich alles alle ernt. Und da habe ich mitgekriegt, dass der ein monstergeiles Studio in Fürstenwalde hat. Auch übrigens heute immer noch. Powergym. Falls mal jemand interessiert, da hinzufahren. Und ich kürze mal ab. Ich war natürlich baff. Eher eine Riesenerscheinung. Goldkitchen. Pumperhose damals. Eine breite Erscheinung. Die gelte Haare nach hinten. Braun gebrannt. Ein Porsche gefahren. Na, was soll ich sagen als 16er-People? Da bin ich rückwärts aus der Latschen geflogen. Also das war für mich mein Gott. Ich habe da auf der Couch wie wir wieder gesessen. Und da hat er mir alles über Bodybuilding erzählt. Aber nicht das Schlimme, sondern er hat mir einfach alles über Bodybuilding erzählt. Mindset, wie man es heute sagt. Die Einstellung, was du wirklich beachten musst. Ernährung. Ganz wichtig. Er hat mir gleich alles über Ernährung erzählt. Wo ich immer nicht verstanden habe, wie jetzt Ernährung. Und der hat es mir wirklich beigebracht. Von Pike auf. Und, ja, was soll ich sagen? Dann habe ich mich natürlich jede Woche gefreut, da auch Training machen zu können. Ich kürze es mal ab. Wir sind acht Jahre zusammen gewesen. Ich habe natürlich dann später die Entscheidung treffen müssen, nach meiner Lehre, die ich in Frankfurt-Oder gemacht habe. Ich bin der letzte Einsatzkaufmann für Klamotten. Also kompletter Herrenausstatter. Also viele wissen es immer nicht. Aber ich bin eigentlich aus der Modewelt. Und wer wahrscheinlich, wenn mir das nicht passiert wäre, da auch hängen geblieben. Ob man es glaubt oder nicht. Also da hat mein Vater damals immer schon gedacht, na, ist er vom anderen Ufer. Also ich habe mich immer schon für Modewelt interessiert. Und das ist absolut mein Ding. Auch bis heute noch. Man kann auch im Alter vernünftig rumrennen, so wie ich das empfinde. Und auch mal ein bisschen kicken, was man für Schuhe und für Buchsen anhat. Weil manche sind ja wirklich scheißegal. Und dann hatte ich die Entscheidung. Er hat gesagt, pass auf, wir ziehen um mit dem Gym. Wir machen es größer in Fürstenwalde. Ich brauche dich als Trainer. Oder möchtest du bei mir anfangen? Nicht, ich brauche dich als Trainer. Ich war 20. Ich habe nicht lange überlegt. Ich habe das gemacht. Und das war der Start eigentlich. Und seitdem bin ich in dem Business. Ich bin seit über 30 Jahren, jetzt arbeite ich eigentlich im Gym. Und die letzten 24 Jahre davon natürlich selbstständig. Und so habe ich eigentlich alles kennengelernt. Er hat mir trainertechnisch alles beigebracht. Ich habe meine Erfahrung eben am Mann gemacht. Das, was heute kaum noch Leute haben. Alle reden immer von Erfahrung oder von Wissen, was sie mit Sicherheit auch belesen haben. Keine Frage. Aber ich sage es immer so, wie es ist. Wenn ihr euch jemanden sucht, dann sucht euch nicht immer den Gelehrten. Das ist ein geiler Spruch, sondern sucht euch den Erfahrenen. Finde ich gar nicht doof. Natürlich musst du auch die Chance bekommen. Und die gibt es auch. Die jüngeren Leute, das ist jetzt nicht auf jüngere Leute gemeint, dass die nicht wissen, wie erkläre ich die Ernährung, wie erkläre ich das Training. Und jeder hat ja ein anderes Mindset. Aber, ich bleibe dabei, im Internet sind viele Geister unterwegs. Also auch viele mit gefährlichem Halbwissen. Und das ist ja eigentlich das Katastrophale, finde ich, an Social Media, dass eben jeder seinen Bullshit abgeben kann. Und wenn heute eben Leute in diese Sportart kommen, dann werden sie nicht behütet, wie ich, aufgefangen von so einer Person, der das wirklich erzählt. Der hat aber nicht erzählt, pass auf, du kaufst den Stoff, du kaufst den Stoff, dann noch die Supplemente, das. Und wir haben noch gar nicht über die Ernährung gesprochen. Und ich kann euch sagen, der hat zu mir damals gesagt, und ich zeige euch mal, so viel ist. Ich habe gefragt, wie kann ich mehr Muskeln noch bauen? So eine typisch dämliche Frage, wie sie mir heute mit Sicherheit jeder alle zwei Tage stellt in meiner Insta-Seite. Da sage ich immer, Essen schreibe ich einfach manchmal zurück. Weil ich beantworte alles, ich schreibe einfach Essen. Und da kommt immer Fragezeichen zurück. Alexander, was hast du jetzt gehofft, weil ich dir sage, du willst Muskeln noch bauen? Also habe ich dir geschrieben, du musst essen. Ja, was soll ich essen? Und daran sehe ich, dass die Leute sich mit diesem Thema Null beschäftigen. Und sie sollten wissen, dass es einfach nur mal, wie sagt man so schön, immer 70 Prozent des Erfolges ausmacht. Und das ist einfach so. Und mein Mentor hat mir damals sofort gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt Muskeln haben willst, dann haue ich mir einmal zu und ich erkläre es dir. Du isst ja bei deinen Eltern zu Hause wahrscheinlich Frühstück zu Hause, dann isst du mittags bei der Kantine oder in der Schule eine Bockwurst an der Kofalle und abends wieder warm bei deinen Eltern. Du isst einfach nur eine Dose Thunfischstasse über dazu und einen Magerquark. So hat es bei mir angefangen. Und ich glaube mal, wenn er das so sagt, fällt man sich einfach, ich verstehe das ja, man beschäftigt sich ja nicht mit diesem Sport. Also woher soll ich denn wissen, dass man Protein braucht als 16-Jähriger, um Muskeln aufzubauen oder Muskeln zu erhalten? Oder dass es eine Wichtigkeit hat. Damit habe ich mich nicht beschäftigt. Und ich bin auch nicht sauer, wenn Leute, die mir schreiben, es nicht besser wissen. Dann erkläre ich es ihnen. Dann habe ich das gemacht. Habe natürlich die Thunfischstasse auch gemacht und habe das außer Dose gegessen. Habe gedacht, Mann, da brauche ich eine halbe Stunde für. Und habe sogar den Magerquark so außer Dose gegessen. Bis dann zum Beispiel Kalle zu mir sagte, weil ich zu ihm sagte, Mensch, das ist aber schwierig zu essen. Er sagt, wie isst du denn das? Dann habe ich es ihm so erklärt. Er sagt, ich will nur die Dummheit, die man so hat in jungen Jahren. Er sagt, du machst dir einfach bei Marc, fag mal ein paar Kirschen ruf und bei den Tufeln spritzt dir mal ein bisschen Zero-Ketchup mit drin, damit du das auch runterkriegst. Ihr sagt, ihr tarn. Und dann habe ich verstanden, okay, du musst auch ein bisschen mitdenken. Wie kann ich mein Essen, was vielleicht so nicht ganz so cool ist, so pimpen, dass ich es als lecker und cool empfinde. Und habe ich gemacht. Und soll ich sagen, ich habe im ersten Jahr nur durch diese kleine Veränderung, das ist ja eine kleine Veränderung, plus Training, plus sein Wissen, auch ein bisschen, wie ich trainieren soll, was ich so ein bisschen umsetzen soll, Frequenzen, Training, bla, bla, bla. Habe ich einfach mal 10 Kilo zu ihm genommen. Ich bin dann von meinen 75 Kilo, die ich damals gewungen habe, auf 85 Kilo. Weil mich ja heute immer so viele fragen, Mensch, verzeugt ein Macher am Anfang. Fangt doch einfach mal an mit den ganzen normalen Standardsachen wie Ernährung. Also der Basis, wo über keiner mehr heute redet. Alle reden nur noch. Oder ein bestes Beispiel, viele Menschen kommen zu mir, wollen mal eine Sichtung mit mir. Sie wollen, dass ich sie mal sichte, dass ich mal meine Meinung zu ihrem Körper sage. Da kommen ganz unterschiedliche Typen. Und ich kann euch aus Erfahrung sagen, die zeigen mir ganz oft alles auf dem Zettel oder in ihrer Sporttasche, die sie beihaben, was sie an Supplementen beihaben. Ich sage, okay, Wahnsinn. Nimmst ja mehr Wege hier. Wahnsinn. Den Booster für vor dem Training, der Booster während des Trainings. So warten sie alle. Wahnsinn. Mega aufgestellt. Ich sage, Mensch, Sportequipment steht auch alle. Handbandagen, Kniebandagen, Gürtel, alles bei. Und dann frage ich die Leute wirklich wahrhaftig, wie sieht es mit der Ernährung aus? Und dann kommt die Antwort, ach, schwierig, schwierig, schwierig mit dem Essen. Das kriege ich so nicht hin, da habe ich auch gar nicht so richtig die Zeit zu. Also der Klassiker geht immer alles nicht. Und das zeigt mir, wo die Leute meistens stehen. Und dann macht es auch keinen Spaß. Und deshalb mache ich auch gar keine Coachings groß. Es kommen die Leute mit der völlig falschen Einstellung zu diesem Sport zu mir und erwarten, dass du nachher irgendwie der Zauberer bist, indem du ihnen sagst, nimm mal von der Tablette, die du da hast, noch zwei mehr und davon noch von dem noch mehr und dann nimmst du beim Training noch ein bisschen mehr Gewicht und machst drei Wiederholungen mehr oder weniger und dann führt das schon. Keiner will über Ernährung reden. Keiner will über Ernährung reden. Das ist krass. Oder es kommt immer dann, ah, schwierig. Oh, ich kriege, und sie wissen ja, also ich kriege keine Hafeflopfen runter, ich kriege den Reis nicht runter. Ich sage, Leute, ihr wollt eine Sportart machen, ihr zeigt mir Bilder, wie ihr aussehen wollt, aber ihr wollt nichts ernährungstechnisch investieren oder ihr versteht nicht, dass das die Grundlage ist. Also auch für den, der nachhilft, ist das die Grundlage. Und das musst du den Leuten echt erklären, von Pika auf. Du musst ihnen erklären, dass die Grundlage, egal, ob du netti oder nicht netti, weil das ist ja auch immer eine Frage bei mir, die mich eigentlich nervt. alle wollen den Unterschied immer gerne haben zwischen netti und nicht netti. Also der, der was nimmt und der was nicht nimmt, die müssen trainieren, hart trainieren. Der was nimmt, der was nicht nimmt, der muss essen. Komplett vier, fünf Mal, scheißegal. Und beide müssen auch regenerieren und müssen den Lifestyle leben. Der eine hat mit Sicherheit eine Unterstützung bei, die dir sicherlich hilft, etwas schneller an dein Ziel zu kommen, keine Frage, aber nicht mit wenig Intensität. und du regenerierst vielleicht besser. Ja, das mag durchaus sein, wenn du es richtig anstellst. Also du kannst dich auch übertrainieren, indem du nicht netti bist. Und das muss man den Leuten echt erklären und viele sind dankbar danach, dass man die dahingehend mal aufklärt, weil im Internet ist es schwierig. Du weißt, jeder würde den Sport erklären. Ich tue es übrigens nicht. Also ich tue nicht auf meiner Seite, die mir folgen, den Leuten erklären, dass das, was ich mache, das Beste ist. Und das sehe ich leider, deswegen gucke ich mir die Szene auch immer so ein bisschen von außen an. Jeder würde den Sport erklären, dass das, was er macht, eigentlich das Perfekte ist. Und das kotzt mich so ein bisschen, weil du hast keinen perfekten Trainingsplan, du hast auch keinen perfekten Ernährungsplan, du hast eine Tagesform, mit der du arbeiten musst, eine Einstellung, mit der du arbeiten musst und du musst, ja, du musst arbeiten, du musst machen. Bodybuilding ist Arbeit. Das ist so ein Satz von mir, den ich immer gerne mal rauslasse. Bodybuilding ist Arbeit. Und das verstehen wir nicht. Viele denken, das geht schon so ein bisschen nebenbei, wenn ich mal da ein paar Kapseln hier, dann brauchst du kein Steak, kein Reis fressen. Vergess das da draußen. Vergess das. Ernährung, A und O, bleib dabei. Wert warst du, also das erste Mal da in diesem Gewichtheberkraftraum? 15, 16, also Übergang, eigentlich 16. Ich habe mit der Lehre dann damals begonnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt fast 50 ist, ich kann mich noch nicht zurückerinnern, hat mein Vater mir das bezahlt? Nee, ich habe mit der Lehre begonnen. Ich habe damals 330 Mark verdient, D-Mark. Und das hat mich 35 Mark gekostet, damals schon. Und das habe ich selber bezahlt. Und ich habe dann auch die ersten Eiweißeimer im Regal stehen sehen, damit mich dann auch erkundigt. Dann hat es mir später der Kalle, mein Mentor, erklärt, ja, kannst du zusätzlich machen. Mit 16. Und ich bin, ohne dass ich Bodybuilder werden wollte oder von irgendwelchen großen Muskeln nachgedacht habe, bin ich einfach mal eingestiegen. Ab da an bis heute habe ich keine einzelne Pause eigentlich gemacht. Also es gab keine Pause, dass ich diesen Sport nicht machen wollte. Oh, es entlangweilt mich jetzt. Also Oseg war krank, dann war ich mal zehn Tage raus oder eine Woche. Seitdem ziehe ich das durch. Und das sind über 30 Jahre. Wie war so die Stimmung dann da in dem Fitnessstudio oder in dem Kraftraum? Haben die immer noch leistungsbezogen trainiert? Ich weiß nicht, warst du in Kontakt mit diesem Kraft-2-Kampf und Kraft... Nee, gar nicht. Vor dem Kraft-3-Kampf in der DDR? Nee, gar nicht. Davon habe ich erst, du musst sehen, ich war 16, also das ist jetzt wirklich kein Alter gewesen. Der Kalle kam dann ins Spiel, von dem ich erzählt habe, mein Mentor. Und da habe ich erst mal erfahren, dass die zu DDR-Zeiten so einen Gym schon hatten. Also es sind Gyms mit selbstgebauten Geräten gewesen. Sie waren teilweise von dem Gym, was sie in Fürstenwalde hatten. Das habe ich erst alles später erfahren. Es gab eine Underground-Szene, wirklich in der DDR. Und da war eins der besten Gyms das vom Karl-Heinz Heise. Und der hat mir auf Bildern noch Geräte gezeigt, die sie selber gebaut haben. Und Körperkulturistik, so hieß es ja in der DDR, kommt ja aus dem Kraft-3-Kampf. Also früher war ja Kreuzheben, Kniebeuge, drüber Bankdrücken und dann hat man noch hinten dran gepostet. Ich glaube, viele kennen das gar nicht mehr. Ich glaube, es gab sogar nur zwei Disziplinen. Genau. Dann war es mit Bankdrücken und Kreuzheben und dann gab es noch ein Posing hinten dran. Und so wurden damals Wettkämpfe gemacht. Und genau aus der Zeit kommt er. Und er hat natürlich diese Ära miterlebt mit Arnold, mit dem ersten Mr. Universe. Das war übrigens der erste Wettkampf, nicht der Mr. Olympia. Das wissen auch viele Leute immer gar nicht. Und der hat mir das alles mal erzählt, wie das so eigentlich so gelaufen ist. Und damit bin ich in Berührung gekommen. Aber hat mich nie interessiert, weil auf Leistungen zu trainieren war noch nie mein Ding, dass ich jetzt irgendwelche Höchstewichte stemmen muss. Ich habe dummerweise einmal beim Weihnachtsbankdrücken mitgemacht, 2002, mit 116 Kilo, die ich gewogen habe, habe ich wahrhaftig, ohne mich darauf vorzubereiten und ohne Bänder und ohne irgendwas, habe ich mal 217,5 Kilo gedrückt. Das ist gar nicht wenig, hat man mir mal gesagt. Ich will, es ist für dich, du lachst heute drüber. Aber das ist wahnsinnig viel. Ist es viel? Ja, okay. Aber für Handdrücken über 120. Okay, aber mit 160 Kilo wurde mir gesagt, ist das halt nicht viel. Wenn du so knapp 120 wiegst, dann erwartet man das. Ich sage, ich komme nicht aus der Sportart und ganz kurz, ich habe mich nur einmal gedrückt und ich habe mich wirklich allein gedrückt und danach hat mir wirklich drei, vier Wochen lang haben mir diese Gelenke, diese Gelenke und diese Gelenke wehgetan und habe ich gewusst, früh schon gewusst, das ist nicht mein Sport. Und deshalb, wer mich so ein bisschen kennt, weil manche Leute immer so ein bisschen das belächeln, dass ich so um die 10 bis 15 Wiederholungen trainiere, trainierst du auch mal schwer, wird immer gesagt, ich sage, Leute, was ist denn schwer bei euch? Könntest du dir vorstellen, dass du auch 15 Wiederholungen schwer trainieren kannst? Also dieser Ausdruck im Internet immer schwer zu trainieren. Ich sage, was ist denn schwer bei dir? Wenn du sechs Wiederholungen Bankdrücken mit 70 Kilo machst, dann ist das für dich schwer und ich mache die einarmig 20 Stück. So, worüber reden wir jetzt hier? Naja, ich meine, na, was meinst du denn? Die Leute können dir ja keine Antwort geben. Ich sage, erwartest du von mir, dass ich 300 Kilo in der Bank drücke, weil ich so aussehe, wie ich aussehe? Das ist genau das, was ihr denkt. Und was wollt ihr jetzt? Wollt ihr eure Ego-Pisse mit ins Studio nehmen, damit ihr euch alle gegenseitig sagt, was ihr drückt? Wer mich verfolgt, der hat noch nie erlebt, dass ich irgendwie gesagt habe, so Leute, heute Beintraining, neuer PR, Beinpresse, ich habe hier 650,30 drauf. Vielleicht setze ich noch den Lehrling oben drauf und dann gucken wir mal und dann zeige ich euch das. Das hat mich noch nie interessiert, hat mich noch nie inspiriert, weil, was sagt das aus? Ich zeige euch das und ihr macht alle wow und liked das, weil ich dann 650 Kilo. Ich trainiere lieber mit 450 Kilo, mache ein solide Training, mir fliegen die Schenkel weg und ich regeneriere so, dass ich ein Wachstum einfach generiere. Das ist für mich im Bodybuilding leistungsmäßig wichtig. Und das unterscheidet mich von vielen anderen, da wird immer über PRs gesprochen und da muss man sich überlegen, was will man? Will man PRs im Internet zeigen oder will man einfach solide trainieren? Und das mache ich. Wechselnde Trainingsplanung, wechselnde Wiederholung, andere Frequenz, Pausenzeiten einbauen und, und, und. Das ist Bodybuilding. Also ich mache es wirklich am Ende, um ein Gesamtkunstwerk zu schaffen. Also für mich ist nicht wichtig, einen dicken Arm zu haben, also zwei dicke Arme zu haben, weil die werden auf der Bühne zwar gesehen, aber wenn es nicht zum Rest passt, dann bin ich an der Sportart vorbei. Also muss alles miteinander passen, also muss ich alles gerne trainieren. Und das fehlt auch vielen Leuten heute, alles gerne zu trainieren. Ja, dann ist die Bähne, macht keinen Spaß, ist zu schwer und das hörst du alle. Und deshalb machen nur wirklich für mich gesehen sehr, sehr wenig Menschen wirklich leistungsbezogenes Bodybuilding, wo man auf den ganzen Körper achtet. Und das ist für mich eigentlich wichtig. Und wo es dann darum geht, dass man den einen bestimmten Körper am Ende fort und stählert. Präsentiert? Richtig. Das ist ja die Definition von Wettkampf Bodybuilding. Geht es ja darum, auf der Bühne sich dann, sagen wir jetzt mal, subjektiv mit den Juroren quasi zu messen. Das ist ja ein bisschen fernab von dem klassischen Leistungssport. Ich komme beispielsweise aus dem Handball oder auch das olympische Gewichtheben. Bodybuilding tut sich ja immer so ein bisschen schwer. Ich finde, das mit den Bestleistungen, das basiert ja so ein bisschen darauf, dass man denkt, über die Leistungssteigerung im Training erhält man dann quasi eine messbare Progression im Training. Das sei mal dahingestellt. Das heißt aber, bei dir ging es von Anfang an darum, Bodybuilding zu machen. Das hat dich inspiriert und es ging nicht um die Gewichtheber, die ihre Leistung präsentiert haben. Ich finde das geil, aber ich habe auch verstanden, es ist eine Sportart. Da geht es darum, ein Gewicht zu schaffen und wer das meiste hat, hat gewonnen. Auf der Bühne ist nicht immer der schwerste, in meiner Klasse der Beste. Das ist auch das. Mensch, Anni, so schwer bist du ja gar nicht für schwergewicht. Ich habe ja trotzdem Wettkämpfe gewonnen. Was bedeutet das, wenn dir neben dir jemand zehn Kilo mehr wiegt? Erstens siehst du es teilweise gar nicht, unbedingt. Wenn er nur drei Zentimeter größer ist, dann wirkt das gar nicht so unbedingt auf der Bühne. Und genau, wir machen jetzt keinen Sport, wo ich 100 Meter in ein paar Sekunden rennen muss und dann wird bewertet, meine Bestzeit. Ja, jetzt bin ich hängen geblieben. Genau. Genau, das war von Anfang an für mich, also von Anfang an sowieso schon mal gar nicht. Um es vielleicht noch mal ein bisschen kurz zurück zu drehen. Ganz am Anfang war für mich nicht Bodybuilding auf der Wettkampfbühne. Ich habe mir die Zeitung an den Klo gehabt und gesagt, ist das krass, weil diese Leute in der Zeitung damals als 16, 17, 18 Jahre, da hast du gesagt, okay, das ist eine andere Welt, da kommst du nie hin. Ja, so wie heute wurde alles miteinander verschwimmt. Das war für uns ein elitärer Kreis, die Jungs in der Zeitung, das waren vielleicht 20 in der Zahl, die hast du alle vom Namen gekannt, von Flex Wieler, über Sean Ray und wie sie alle hießen und dann war das okay für dich. Dann war das die Leute, die die Elite in den Wettkämpfen gemacht haben. Da gab es ja auch bloß, weiß ich nicht, fünf Wettkämpfe im Jahr und ich wie heute in jedem Land 300 Wettkämpfe, um damit Geld zu verdienen. Das ist eine ganz andere Zeit gewesen und das haben wir gefeiert. Wir haben uns die Bilder an der Wand gehangen und haben gesagt, geil, aber du wolltest gar nicht so aussehen und ich wollte sowieso nicht so aussehen, weil ich muss dazu sagen, ich komme aus dem tänzerischen Klamotten, fand ich geil. Ich habe getanzt damals, wir waren aus einer Breakdance-Crew, bin ich da heraus noch in die Mode gegangen, also Modenschauen haben wir gemacht. Ich war eigentlich viel zu klein, aber wir haben Showmodenschauen gemacht und für mich war immer wichtig, da wir auch modelmäßig da auf der Bühne standen, durchtrainiert auszusehen, Waschbittbauch, Weibertyp, Strand, Beachball, das war, und dann hat man halt irgendwann mal in meinem Training hat der Kalle gesagt, von der Ambition her bist du richtig gut dabei, von der Ausstrahlung, vom Körper her, glaube ich, hättest du das Zeug so wie so viele, da könnte man noch mehr draus machen und dann hat man sich irgendwann mal nachher mit 19, habe ich mir einfach mal auch Gedanken darüber gemacht, Wettkämpfe irgendwie, ja, dann hat man angefangen darauf mal zu trainieren, ohne jetzt groß zu gucken, ob man wirklich dahin kommt und dann ging es bei mir relativ fix, dass ich mich echt entwickelt habe und dann habe ich hier Fallen an wirklich mehr Muskulatur gehabt, aber es war nicht von vornherein klar, Fitnessstudio heißt jetzt Riesenmuskelberg oder so und dann hat sich das so ergeben und dann war ich mit 21, mit 22, 97 das erste Mal auf der Bühne. Das heißt, es gab dann aber auch schon so die klassischen Bodybuilder als Vorbild und man hat die gesehen. Du hast das gefeiert, aber du wolltest jetzt nicht so aussehen, du hast bloß gesagt, krass, du kannst, also du hast keine Vorstellung gehabt, dass man so aussehen kann. Wenn du nur Bilder siehst, wenn du die Leute nie live siehst, wie dann später, oder du hast ab und zu mal live gesehen, aber damals mussten, da hatten wir kein Insta, sondern dann sind wir eben zur FIBO gefahren und dann hast du die Möglichkeit gehabt, dort mal jemanden live zu sehen und das war für uns damals, FIBO, das kannst du dir mit der heutigen, weil mich immer Leute fragen, kommst du zur FIBO, ich sage, Leute, ich habe nun die Jahre mitgemacht, ich habe die Jahre in der 90er die FIBO mitgemacht, das könnt ihr gar nicht verstehen, was das noch war. Da bist du wie ein Groupie bist du da hingefahren, FIBO war, wenn du da eine Karte gekriegt hast, dann warst du happy und ich bin ja damals über Kalle sein Gym, sind wir mal als komplette Familie dann Donnerstag, Freitag auch hingekommen. Das heißt, ich hatte das Glück, auch diese ganzen Stars damals auch mal ein paar Tage vorher in Ruhe zu sehen, ohne dass der Massenanlag war und das war noch FIBO, da sind wir hingefahren, um genau die Leute in der Zeitung zu sehen, da eine Unterschrift zu bekommen, ein Foto mit denen zu machen, das kannst du mit der heutigen FIBO nicht vergleichen. Ich rede das auch nicht schlecht, weil die Zeiten ändern sich und das ist, wie es ist. Heute sitzt ein Gamer am Stand, der verkauft seinen Energydrink und dann sind da die ganzen Kiddies und feiern den ab. Da denkst du manchmal, krass, was hat er geleistet? Er spielt mit euch oder ihr guckt ihm zu, wie er Spieler spielt und deshalb ist er erfolgreich und verdient Geld. Ich muss sagen, ich finde es ja richtig cool, dass wir alle so bekloppt sind, die Menschheit und so nur Leute so feiern, obwohl er gar nichts leistet, außer dass er auch ein Spielbild euch spielt und dann halt Energydrink und der verkauft den. Ist doch eigentlich krass, sind doch geile Geschäftsideen. Ich feiere das. Ich bin jetzt kein alter verkappter Vollidiot, der sagt, wie geht denn sowas? Es ist halt nur komisch, wenn dann Dexter Jackson 20 Meter daneben am Stand steht, der über Jahre die meisten Wettkämpfe gemacht hat, was geleistet hat, brutal aussah und keine Sau interessiert sich mehr an dem Stand da für ihn. Ist schon für mich komisch. Wenn ich natürlich als knapp 50er rüberlatsche und dann gehe ich zu Dexter und sage mir, geil, der Stand ist frei. Vor 30 Jahren habe ich fünf Stunden angestanden und konnte zwei Mahlzeiten zwischendurch essen, bis ich mal bei ihm war oder für mich Flex Wieler war bis heute noch meine Koryphäe im Bodybuilding. Wie Espenlaub habe ich jetzt gesagt, dass ich ein Foto mit ihm mache. Aber da hast du vorher auch erst mal Fotos gekauft für 25 Mark und dann hat er mit dir ein Foto gemacht, was dir knipst wurde. Dann musst du es aber noch froh sein, dass das Foto war dir geworden ist. Und nicht wie heute mit Handys. Und das ist schon krass, dass ich diese Zeit so komplett auch weiter Sport gemacht habe und wie sich das alles verändert hat. Heute folge ich Flex Wieler und kann gucken, wann er einkaufen geht, wann er den Reifen wechselt. Das sind ja alle Dinge, da hätten wir uns früher so weit freut. Wir haben alle vier Wochen darauf erwartet, dass die Flex, die Muscle Development rauskommt oder wie sie alle hießen in der Zeitung und manchmal hast du keine gekriegt. Dann musstest du eben fragen, ob du die immer ausbauen konntest. Ist schon eine andere Zeit gewesen, die jetzt nicht immer besser war, aber sie war auf jeden Fall anders. Ich sage auch nicht, das ist auch so ein Ding. Viele denken immer, früher waren immer alle besser. Ich sage, nee Leute, dann bist du so ein Oldschooler, der eben ohne Schneu zulässt. Dann wäre ich ja doof. Wenn man sich mein Gym anguckt, dann habe ich keine Geräte von vor 30 Jahren mit Seilzug alle und die knarzen und knurzen, sondern ich freue mich, dass heute für jeden Muskel mittlerweile eine Maschine gefunden wird. Ob mit immer alles wichtig ist, glaube ich nicht. Aber wir sind ja in so einer Welt, wo man immer doller, immer mehr haben muss. Und ich wollte irgendwann mein Gym so ausstatten, dass man echt drin kommt und sagt, was viele sagen, okay, hier waren Bodybuilder im Werk, der weiß, was er macht. Ich habe letztens jetzt einen Spruch von jemandem gehört, der mich besucht hat, zwei Bodybuilder. Das Studio ist so eingerichtet, hier ist keine Maschine unnütz. Das ist für mich das beste Kompliment. Es gibt ja auch so, wo du sagst, die Maschinen hättest du sparen können, hättest du lieber das geholt. Ich würde wahrscheinlich noch fünf, sechs, sieben, acht, neun Maschinen dazukaufen, wenn ich noch 100 Quadratmeter hätte. Habe ich nicht. Also habe ich versucht, Gas zu geben, da vernünftig was auszustatten. Aber jetzt komme ich gerade ein bisschen vor dem Fahrrad, wo war ich kurz davor? Ich wollte dich noch fragen, wie waren die Bodybuilding-Klassen damals? Wo, was gab es? Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Klassen inzwischen. Aber ich wollte gerade noch zur FIBO das sagen. Genau, da bin ich kennengeblieben. Da hinzufahren, dieses Event, das war im Kalender angestrichen. Da gab es, da bist du auch krank mit FIBO hingefahren, damit du das damals miterleben möchtest. Ich will bloß sagen, aber ich habe eigentlich davor das im anderen Zusammenhang erklärt. Ich überlege gerade, wie. Ich hatte vorher was anderes noch erzählt. Merkst du, dass ich immer zu hektisch in jede Thema überstreife? Bodybuilding-Klassen. Ja, was soll ich dir sagen? Früher gab es einfach nur Bodybuilding auf der Bühne. Das heißt, das ist auch so eine, kann ich euch auch mal was zu erzählen. Früher gab es eine Berliner Meisterschaft von einem Verband, dem DBRV, IFBB. Da bin ich auch gestartet damals. Die sind ausgestrahlt worden, diese Veranstaltung, noch auf der, auf dem Kudamm in der Orania. Die Orania ist, wer das kennt hier in Berlin, ein recht großes Gebäude. Also da passen 1200 Leute rein und die Halle war ausverkauft. Und wenn du keine Tickets hattest, dann hast du manchmal wie ein Gruppi draußen gestanden, genau wie Fibo und hast dir hofft, ein Ticket zu bekommen. Weil früher auf solche, für heute Verhältnisse, poplige Meisterschaft, sind eben auch Gastnachs wie Vince Taylor gekommen, Dr. Schlierkamp und andere Namen. Alleine so einen, so einen amerikanischen Star zu sehen, wobei Vince Taylor konnte ja auch Deutsch, der war ja irgendwie mal stationiert. Auch Günther kam ja von hier, aber die haben ja alle in Amerika erlebt. Die mal hier live zu sehen, bist du schon hierher gefahren und weil du wusstest, du siehst Bodybuilding und Leute auf der Bühne, die du so den ganzen Tag nicht irgendwo siehst, weil es erstmal keine Gyms en masse gab wie heute. Es gab keine Ketten, es gab kein Mainstream. Da bin ich von auch nicht stehen geblieben, auch stehen geblieben. Ihr müsst euch vorstellen, wo ich mit 16 angefangen habe, Kraftsport zu machen in einem Studio, war ich weit und breit und Meilenwelt der einzigste in meinem Freundeskreis, der diese Sportart gemacht hat, weil das gar nicht salonfähig war. Ihr müsst euch vorstellen, weil wir bei Kalle hängen geblieben sind, alles kommt aus dem Powerlifting, aus dem Dreikampf. Daraus ist dann irgendwie Bodybuilding entstanden und diese kleinen Keller und diese kleinen Gyms, was ich mir heute noch erhalte als Privatgym, dass überhaupt dieser Sport so entstanden ist und ihm, komm mal vom Pfaden ab hier, weil ich zu viel auf Ema erzählen will. Was wollte ich gerade sagen, noch vorher? Berliner Meisterschaft? Ja, das hatten wir auch, aber das war damals wirklich so, dass keiner diesen Sport gemacht hat und die haben dich alle belächelt. Wozu machst du das? Und ihr müsst euch mal heute vorstellen, wenn du heute jeden fragst, dann hat er eine Mitgliedschaft in irgendeiner Fitnessstudio. Ob er jetzt trainiert oder nicht, seid doch mal dahingestellt. Jeder, 11 Millionen Menschen trainieren in Gyms mittlerweile in Deutschland. Damals war das ein elizierer kleiner Kreis und da warst du irgendwie was Besonderes, wenn du diesen Sport gemacht hast. Da hat man dich auch mal ein bisschen so komisch angeguckt. Heute ist doch normal, wenn du ins Gym gehst. Heute sind sogar wir Bodybuilder salonfähiger geworden als früher. Ich sage euch so, wo ich in deinem Alter war mit 27, da war ich schon in meiner Blüte damals auch schon gewesen mit 130 Kilo, wenn wir da in der Disco-Relation mit einem engen Shirt, mit einer Buntfaltenhose und Lackraketen unten, das war nun mal halt 90er-Style und da brauchen wir Erke drüber. Was meinst du, wie die Leute gekickt haben? Aber sorry, und eklig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da ich immer schon mental stark war, damals zeig mir das manchmal zu Herzen und zieh das enge Shirt an, machst lieber ein weiteres Hemd. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, weil die Leute damals echt komisch geguckt haben. Also entweder haben sie es gemocht oder man hat es wirklich richtig so mit Absch... Also wirklich so, ich könnte Anekdoten erzählen, wirklich ohne Spaß, da haben Frauen darauf reagiert. Da hast du manchmal gedacht, Alter, erzähl mal, eine. Eine Anekdote, ähm... Mann, wie hieß das? Flirt hieß der Laden. Flirt. Ich sage deshalb den Disconamen, weil vielleicht auch mal Leute diesen Podcast schauen, die in meinem Alter sind, die sagen, haha, Flirt. Eine geile Diskothek im Neubaugebiet oben in Marzahn irgendwo, weiß ich nicht, ist auch egal. Voll, jede Woche eine voll und sehen und gesehen werden. Ja, und da sind wir natürlich auch aufgelaufen. Dann war immer, Jacke abgeben früher und da habe ich gar nicht stand und hinter mir stehen zwei Mädels, ich mit einem Kumpel, wir ausgezogen, ja, 125 Kilo war nicht wegzusehen und die so hinter uns so, wow, und richtig sich unterhalten, richtig lautstark, wow, wie sieht das denn aus? Also eklig, ich muss dazu sagen, wer mich so ein bisschen verfolgt, kann ich dir mal Bilder angucken, ich hatte früher in der Offseason wahrhaftig einen 55er Oberarm, man will es kaum glauben, ich hatte auch einen 53er Arm mal auf der Bühne so gehabt, also das ist schon eigentlich krass, was so vor 20 Jahren schon ging und da bist du aufgefallen bei 1,78 Meter und ich drehe mich noch so um und da war ich aber schon relativ cool, da hat mich auch mit ihr gesagt, ich sage, Mädels, also ihr seht beide aus wie ein vollgeschossener Kniestrumpen, es waren Mädels, die weder irgendwie Sport machen, weil in der Zeit war ja immer kein Sport, da haben sie mich gekickt, Mensch, komm, wir machen mal den Booty dick und den Booty groß, wie sie heute alle drauf sind, da haben Frauen gar kein Sport gemacht, entweder haben sie irgendwas gemacht, aber die haben kein Sport gemacht und ich sage, warum müssen nicht immer Frauen, die kein Sport machen, über mich aufregen, oh, da war Ruhe, da war richtig Ruhe, aber so eine Reaktion war und laute Reaktionen, die haben laut hinter dir gesprochen, wie eklig das aussieht und so, was kenne ich heute nicht mehr, wenn Leute das denken oder dich Leute nachäffen, wenn du am Strand bist, was soll ich euch erzählen, das ist eben so, wenn du heute an den Strand kommst, alle Leute liegen, dann kommst du den Strand runter, ich will jetzt nicht so tun, dass ich aussehe wie Hulk, aber ich sehe anders aus wie der normale Durchschnitt, dann kommst du dann mit 125 Kilo runtergelatscht an den Strand, dann plötzlich sitzen alle auf ihrer Decke, so, dann kannst du warten, dass die ersten Tuscheleien kommen, Aussehstrand, und du kannst ja weit und breit gucken, salonfähig ist, wenn du einfach dick bist, adipös teilweise, oder einfach komplett außer Form, das ist leider die Realität in Deutschland, aber das Problem ist, in unserer Gesellschaft, dass das salonfähig ist, das heißt, wenn du jetzt mit einem, wenn dir die Cellulitis bis in die Kniekehle hängt und du adipös bist und dich noch vorne büxt am Meer, in einem Stringtanger, mit so, ich muss es mal so sagen, mit so einem Arsch, als Mann oder als Frau, und dir hängt der Schlepp hoch und bist zu den Knie hin runter, da gucken alle hin und dann ist das salonfähig, weil das eben normal ist, es ist normal, das zu sehen, jetzt latsch du runter ins Wasser, alle stehen, alle sitzen, das ist übertrieben gesagt, dann wird dir tuschelt, manche Männer machen dich einfach oder effen dich einfach nach, ich kann darüber lachen, es gibt natürlich auch die Leute in Deutschland, die mal zu dir kommen, kann ich mal ein Foto machen, wow, sieht stark aus, die es honorieren, aber Deutschland ist, was das angeht, haben bestimmt auch viele schon mal gesagt, extrem, 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 neid behaftet, keiner gönnt dir das, wie du aussiehst, es ist sowieso alles nur gespritzt und wenn ich das nehmen würde, was du nimmst, würde ich auch so aussehen, keiner kennt die Geschichte, keiner kennt die Arbeit, die Jahre, die ganzen Qualen, Blut, Schweiß, keiner kennt das und es ist salonfähig, wie alle anderen aussehen, das ist nicht krass, du machst was für deine Gesundheit, du tust etwas, um gut auszusehen, um mich von der Performance sehr geil zu fühlen und du wirst dafür belächelt, das ist normal in Deutschland oder allgemein auf der Welt, weil wir sind nicht alle durchtrainiert wie du, sportlich, unterwegs oder ambitioniert, sind wir nicht, aber man geht immer davon aus, warum wollen andere Leute nicht auch so drauf sein wie du, warum wollen die nicht dieses Gefühl haben, dieses Körpergefühl haben, Training zu haben, was jeder PTler bei dir, bei mir hat, einfach, die sich bedanken dafür, dass sie so ein Gefühl bekommen, was viele Menschen nie in ihrem Leben kennenlernen werden, so ein Gefühl nach dem Training, ich kann das mal gar nicht ausdrücken, das kriege ich sogar Gänsehaut, also das ist, wenn man das wirklich liebt und wenn man Leuten das auch so verkörpern kann, auch im Training, dass sie verstehen, was du dabei fühlst, absolut geil und das wünsche ich mir manchmal, dass es mehr Leute auf der Welt gibt, die das mal spüren dürften und das mal entdecken und diese Anekdoten gibt es auch zuhauf, dass die Leute dich dann nachaffen, aber so what, egal, da lache ich heute drüber, heute bin ich komplett darüber hinweg, ich muss dazu sagen, ich lobe heute auch nicht mehr rum wie früher, früher hat man eben noch gerne gezeigt, was man hat, das ist alt, ich war auch jung und musste dann zeigen, dass das mal eng wie möglich ist, heute hast du halt ein paar Oversights-Klamotten an, das ist mir jetzt scheißegal, entweder sieht man, dass du Sport machst oder sieht man nicht völlig aus und ich muss auch keinem mehr was beweisen, was in die Richtung geht. Wenn man jetzt sagt, es gab früher diese kleinen Fitnessstudios, waren ja alle Inhaber geführt und Fitnessclubs nicht so richtig, sondern es waren ja richtig so Pumperbuden, heißt das auch, dass da eigentlich alle mehr oder weniger Bodybuilding gemacht haben. Ja, Bodybuilding machen wir alle, ich würde das Wort... Also ich meine, ich sage jetzt mal, nicht so wie heutzutage, man hat eine Mitgliedschaft und geht nicht hin, sondern dass es eine andere Kultur war. Absolut eine andere Kultur, absolut. Ich bin ja selber mit dem Studio, was ich damals mit meinem Partner gekauft habe in Potsdam, haben wir ein kleines, inhabergeführtes Studio, da war Potsdam noch mit ein, zwei, drei, fünf Inhaber geführten Studios, da habe ich gesagt, meine Fresse, da mutest du dir aber zu. Zwei Jahre später kam die erste Kette. Ich habe nun mittlerweile alle Ketten überstanden in Potsdam, dafür sind andere Gyms auch gegangen, gerade private Gyms, ich glaube zwei gibt es noch, ansonsten sind wir voll geschissen mit Ketten. Und um mal zu der Qualität der Studios damals was zu sagen, in so ein Studios wurde damals echt, du bist reingekommen, wie man das manchmal aus Spaß so sieht, wenn man so diese Studio heute, Telefon und Studio damals, alle haben trainiert. Es war aber einfach so. Es gab nicht die Plausch-Ecke. Weißt du, was damals die Plauderecke war? Es war vorne der Tresen, der typische Tresen in einem Fitnessstudio, der meistens aus Holz war und da hat man gelabert, bei dem Shake danach, bei dem Shake davor, was auch immer. Aber nie im Trainingsraum. So kenne ich es nicht anders. Da wurde nicht gebabbelt. Man hat echt geackert, man hat sich geholfen. Wie lange bist du noch dran? Ding, der wird. Und du wurdest auch noch ganz anders, sag ich mal, beäugt, weil die Leute alle irgendwie ambitioniert waren, auch etwas zu erreichen. Und das ist ja heute im Gym gar nicht mehr so. Heute sind da Leute einfach, weil sie soziale Kontakte suchen. Und das ist völlig okay. Ich bin selber Gymbesitzer. Bei mir ist ja nicht jeder ambitioniert, sonst wie auszusehen. Aber ich bleibe dabei und das kann keiner abstreiten, Fitnesstraining, woher zu immer, ob bei dir im Club, ob jetzt Functional, woanders oder wie auch immer, bei mir normal, McFit oder wo auch immer. Alle wollen ja eigentlich gut aussehen. Alle wollen mehr Muskeln haben. Alle wollen ein bisschen da abnehmen. Eigentlich wollen das alle. Frauen wie Männer. Heißt für mich, es bleibt doch am Ende ein Erfolgssport. Warum machen nicht mehr, um mehr Erfolg zu haben? Weil sie sich einfach ablenken lassen. Weil sie die falsche Einstellung haben. Und das kann man keinem übernehmen. Manchmal ist es auch leider das falsche Gym suchen. Da mache ich auch mal Werbung, gerade für Leute wie dich oder mich, die eben zum Beispiel auch auf Personal Trainings nochmal so ein bisschen fixiert sind, um Leuten das richtig nahe zu bringen mit deiner ganzen Ideologie. Aber auch das Umfeld zu schaffen, was man vielleicht braucht zum Trainieren. Wenn du bei mir reinkommst, und ich höre das ja immer wieder, und ich muss mir jetzt nicht selber Honig auf der Birne schmieren. Atmosphäre, Andi, krass. Du kommst drin und hast sofort Bock zu trainieren. Wenn ich meine Kumpels dann hier höre in Berlin, Andi, kann nicht mal nach Potsdam kommen. Ich sage, ja, aber das ist Katastrophe. Du kommst hier drin, du kommst nirgendwo ran. Keine Stimmung. Nur Idioten hier, nur Poser hier. Alle besetzen die Rede. Dann kann ich schon verstehen, warum viele Leute doch gar nicht wirklich vernünftig trainieren. Für mich ist das sehr gut. Und es kommen natürlich dadurch auch wirklich Leute zu mir, die einen längeren Weg in Kauf nehmen, aber sagen, ich kann richtig trainieren, weil die Atmosphäre, das Umfeld ist das Wichtigste. Ja. Letztens sagte er, Mensch, Digga, mich hat noch nie das ganze Fitnessstudio gegrüßt, sagt er. Ich sage, wieso? Na, weil bei uns keiner grüßt. Die Leute kommen alle mit Kopfhörern. Das ist auch bei mir mittlerweile so. Ich kann das ja nicht. Aber bei mir ist laut Musik. Natürlich gefällt es vielleicht nicht jedem, aber es ist ja erstmal eine Stimmung da, eine Grundstimmung. Du kommst nicht rin und es läuft gerade Nachrichtensender und du machst gerade Kniebeuge mit 240, sondern es kommt rin und bei mir rumpstet. Es riecht schon nach Testosteron, nach männlichem Schweiß bei mir und bei mir ackern Männer wie Frauen Vollgas. Und natürlich habe ich auch die Leute, die vielleicht ab und zu mal ein bisschen zu lang trainieren, aber die Grundstimmung, um Spaß zu haben in einem Gym, die ist eine ganz andere bei mir. Das ist nun mal einfach so. Und das war früher gang und gäbe. Du bist in so einen kleinen Club gekommen, in so groß wie deinen Laden. Nicht größer waren die Gyms damals. Mein erster Gym war nicht größer, war nur auf zwei Etagen. Ey, ich habe am Anfang 150 Mitglieder gehabt, aber mit denen konnten wir kostentechnisch vor 25 Jahren noch leben. Das ist auch nochmal eine andere Sache, wie sich das alles verändert hat. Und du bist reingekommen und hattest Bock auf Training, weil du bist reingekommen und dann wurde da gebrüllt und hier und da hat sie knallt. Ja, heute sagen mir die Leute, ich habe schon ja keinen Bock da hinzufahren, weil ich daran denke, wie voll die Schüssen die Bude ist, wie die Handeln rumliegen, weil ich keine Wichte finde, weil ich gar nicht rankomme, weil ich da drei Stunden bin, nicht weil ich drei Stunden da sein will, sondern weil es nicht anders geht. Tja Leute, sagt mir mal, wie es ist, guckt euch in eurer Stadt ein bisschen um und dann gibt es auch die Möglichkeit, in Potsdam einfach mal zu uns zu kommen. Das heißt ja nicht, dass ich bloß fünf Mitglieder habe, ich muss ja auch von was leben, aber es verteilt sich bei uns einfach anders. Und weil ich es, auch wenn das sich immer ein bisschen arroganter hört, ich kann es mir auch schon mal ein bisschen aussuchen, mit wem ich zu tun haben will oder nicht. Wenn bei mir eine Truppe von fünf Leuten rein kommt, wo ich denke, ich glaube, dass ihr nicht unsere Stimmung verbessern werdet, sondern dass es eher anstrengend ist, dann schicke ich sie eher zu John Reed und sage, ich glaube, da seid ihr besser aufgehoben. Das ist einfach so. Und wenn Leute aus dem John Reed, zum Beispiel in Potsdam, zu mir kommen, die sagen, das ist schon ziemlich geil. Trotzdem kommen sie nicht zu mir. Verstehe ich immer nicht, warum. Was hat sich dann verändert mit dem, ich sage mal klassisch, McFitt? McFitt war wahrscheinlich die Ersten in Potsdam? Nee, Fitness First war die Erste bei uns damals. Die die Clubs versucht haben. Superfit kam dann, dann noch eine andere Kette, dann haben wir noch eine kleinere Kette, dann kam John Reed, das ist ja alles McFitt-Kram. Gab es keinen McFitt in Potsdam vor? Nee, McFitt ist ja John Reed trotzdem. Ja, jetzt aber. Nee, war immer schon Ableger. John Reed ist einfach nur, die haben einfach noch mal so ein Lifestyle-Dum. Nee, ich meine, ob das früher McFitt hieß. Nee, war ein reines John Reed, was eröffnet wurde. Krass, das heißt, es war schon John Reed, als es eröffnet wurde. Gleich sofort. McFitt war ja schon, gibt ja schon viel, also gerade in ehemals Ostdeutschland gibt es ja schon McFitt auch. Richtig, aber Ketten ist ja egal, gab es trotzdem. Und die Leute sind damals dann auch gegangen, auch von mir. Und da habe ich damals gedacht, okay, das wird die neue Ära sein, dass so eine großen Studios kommen und wir dann pleite gehen. Und dann hat sich aber herauskristallisiert, was ich eben sagte, wie du als Inhaber agierst, auch du mit deinen Leuten, das hält die Leute auch, weil die Seele in meinem Gym bin ich ja. Die Leute kommen teilweise wegen Andi, die kommen jetzt nicht über die Wing, weil ich auch knapp 60 Geräte habe, was man nicht unterschätzen sollte bei mir. Weil viele Kommenerinnen sagen, krass, was ist das für eine Ausstattung? Ich sage, ja, nur weil ich kleiner bin, heißt das doch nicht, dass ich keine Ausstattung habe. Und die fallen rückwärts auf den Arsch. Ich sage, hier ist kein McFit, kein John Reed ist so ausgestattet. Ich habe nun mal nicht 500 Fahrräder hier stehen und 6000 Laufbänder. Wenn ihr das wollt, ja, dann müsste das schon John Reed gehen, wenn ihr da Cardio machen wollt. Aber ihr könnt ja auch Cardio zu Hause machen. Ich würde meinen Cardio-Bereich am liebsten rausschmeißen und dafür 6 Geräte holen. So bin ich wieder drauf, weil ich sage, Leute, geht doch draußen ein bisschen laufen. Stellt euch ein Fahrrad zu Hause. Man könnte so viel nochmal anders machen, aber so ein bisschen mit Mainstream musst du mitmachen. Und deshalb ist es so, wie es ist. Wir haben keinen Cardio-Bereich. Ich habe alles da. Also guckt euch das gerne mal an. Aber die Stimmung ist ja entscheidend. Und das wollte ich gerade sagen. Die Leute sind dann bei mir geblieben. Und die sagen, nee, Andi, was soll ich denn da? Da sind so riesige Hallen. Das ist ja keine Atmosphäre. Da bist ja du nicht da. Die Mucke ist nicht an. Und so kamen auch Leute wieder zurück in der Zeit. Ich konnte mich erhalten. Musste natürlich auch Gas geben. Man hat dann auch mal eine neue Maschine geholt. Man hat mal ein Solarium damals verändert. Was noch gang und gäbe war, dass du als Gym auch noch ein Solarium hattest und eine Sauna hattest und, und, und. Und dann hast du dir dein Publikum erarbeitet, die wegen dir ins Gym gekommen sind. Dir hat es nicht interessiert, ob 500 Meter weiter ein Laden war, der vielleicht 5 Geräte mehr hatte. Weil die sind es ja am Ende nicht, die deinen Körper verbessern. Ich könnte in meinem Studio auch mit einem Kabelturm und mit einer Multipresse und einem Handelset oder könnte auch einen Daimgym Muskeln noch bauen, was immer keiner versteht und will ja keiner verstehen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um dieses Schlaraffenland. Du musst von allem alles haben. Normalerweise brauchst du 20 Bizeps-Maschinen, die kein Mensch braucht. Ich habe drei Bizeps-Maschinen, ich habe drei Tri-Zeps-Maschinen. Das hat nicht mal ein McFettchen. Berlin hat drei davon für die Muskelgruppe. Und das ist das, was ich dir heute mal sage. Und dann gibt es Leute, Mensch, du bist am anderen Ende der Stadt in Potsdam. Und das ist dein Problem, weil die Leute einfach aus der Tür rauskommen wollen. Ach, Gym. Und dann gehen sie da hin. Das ist heute ein Kriterium. Hörst du wirklich von Leuten? Ja, durch die ganze Stadt fahren. Ich habe ja auch kein Auto. Und da geht es schon los. Und eigentlich ist es gar nicht das Publikum, was du haben willst. Weil die Leute, die dein Gym sehen und es schätzen, die kommen genau wegen deinem Gym, wegen dir als Person. Und auch vielleicht, weil du ein Privatgym bist, weil sie es unterstützen, wie wir vorhin gesprochen haben. Die unterstützen das, was du machst, dass du arbeitest, trotz diesen Haifischbecken voller, voller Ketten, bist du trotzdem hier am Machen und am Business machen. Und das habe ich mir erarbeitet über die letzten Jahre. Und, tja, ich weiß jetzt gar nicht, welches Studio gerätetechnisch, equipmenttechnisch besser ausgestattet ist. Ich weiß nicht mehr, ob es das, das Goldsgum hier ist in Berlin, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ist einfach so. Also nicht auf die Masse gesehen. Ich rede jetzt nicht vom Cardi-Bereich. Oder Posing-Group. Könnte ich unten auch noch einrichten. Aber es sind alles so Dinge, die sind nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass der Trainingsraum effektiv ausgestattet ist und dass du eine Beratung hast, eine Bedienung hast. Dass jemand da ist, den du fragen kannst. Und nicht irgendein Student, der übermorgen nicht mehr da ist, sondern immer dieselbe Schnauze. Und das bin ich und das heißt, die können mich immer wieder fragen. Und nicht dauernd irgendwelche fremden Leute, die das vielleicht nochmal anders erzählen. Und das ist so das, was ich in meinem Gym über die ganzen 24 Jahre mache. Ich arbeite halt auch tagtäglich dort, von Montag bis Samstag. Anders geht es nicht. Ist auch immer ganz wichtig, dass die Menschen hingehen. Richtig. Das kommt auch noch dazu. Dann hat sich aber, es gibt jetzt ja Fitnessstudios überall. Das heißt, jeder kann jetzt eigentlich Krafttraining machen. Vor allem wird ja Krafttraining durch diese Fitnessstudios auch, ich sage jetzt mal, sorgenfreier, sicherer, wenn wir zurückschauen, wo das Krafttraining herkommt. Gerade das Bodybuilding kommt es ja eigentlich aus dem Gewichtheben, der olympische Sport, der schon immer da war. Und dann hat man gesagt, das jetzt machen muss ich nicht unbedingt, sondern es gibt ja auch hier einen entspannteren Weg. Also vom, ich sage mal nicht, dass Bodybuilding entspannter ist, aber du musst nicht am Wettkampftag deine beiden schwersten oder in 6 Minuten. Ohne Leistungsniveau. Genau, du musst es nicht machen und du musst gegen andere antreten, sondern es geht erstmal darum, jeder kann so ein bisschen für sich selbst auch und trotzdem geht keiner hin. Also trotzdem ist es so, dass die Fitnessstudio Ketten als Geschäftsmodell haben, bitte unterschreib, für die Idee, du könntest besser aussehen und dann bitte komm nicht, weil wir haben, wenn ich jetzt überlege, Gold's Gym, da bin ich ja häufig, weil man da in der Performance Area in einem der wenigen Studios Gewichte fallen lassen kann, was für olympisches Gewicht ist ganz schwer in Berlin, es gibt ganz wenig Möglichkeiten und wenn ich jetzt deinen Gym im Kopf habe, ich glaube, du hast wahrscheinlich sogar mehr Maschinen. Kardiogeräte ausgelassen. Kardiogeräte ausgelassen. Also wenn du sagst 60, ich glaube, dann kommst du da ran. Es ist knapp 60. Du hast mehr Tri-Z-Maschinen. Als da. Ja. Ja, sagst du mal so. Nun mal so. Das auf dieser Ebene. Auch wenn man die vielleicht nicht braucht, sie machen das Leben am Anfang. Natürlich nicht. man braucht, wie gerade schon erklärt, so viel ist eigentlich nicht. Gerade du, dir muss ich das nicht erzählen. Du verkaufst es ja selber hier anders. Wie gesagt, ich könnte mit den zwei Geräten, die ich vorhin gesagt habe, könnte ich alles machen. Ich bin zwar limitiert und ich will nicht limitiert sein, deshalb ist die Ausstattung auch wie sie ist und ich würde auch mich noch größer machen, aber größer ist nicht immer besser. Und das ist das. Ich hatte mal die Möglichkeit, eine zweite Etage bei mir anzumieten, die nochmal so groß ist, dann wäre ich bei 800 Quadratmeter Trainingsfläche. Das ist, wie ich es zusammenstelle, nicht mit einer Pflanze zwischen oder mit einem Stuhl, ist das eben auch möglich, dass man auf so eine Größe auch diese Menge bekommt. Aber dann haben mir viele Menschen, da weißt du, annehmen, das reicht völlig aus. Das ist das Wohnzimmer, was du noch überschauen kannst. Nachher wird es unübersichtlich. Es wird alles auch teurer dann für mich. Ich muss mehr Leute einstellen. Das heißt, ich nehme vielleicht mehr Geld ein, aber ich gebe auch mehr Geld aus. Also ist das nicht immer ein Gewinn. Und viele wollen immer groß sein. Um einfach die Beste zu sein. Deshalb bist du nicht der Beste. Und das habe ich mir einfach dann auch so behalten. Da habe ich ganz schnell auch wieder gesagt, nee, habt ihr recht. Und bei mir war es ja so, viele wissen das nicht, wir waren immer ein Mix aus Boxen, Kampfsport und Studio. Also auch das Gym davor, die Hälfte von meinem Laden jetzt war früher Boxring und MMA-Bereich mit Boden, Matten und so weiter. Und ich habe irgendwann mal 2016 gesagt, ich liebe Kampfsport, klar. Aber ich kann nicht die Hälfte meiner Räumlichkeiten für eine Stunde Kurs am Abend oder zwei Stunden. Und da habe ich dann einfach eben wirtschaftlich gedacht, als Unternehmer. Und da habe ich gesagt, nee, daraus machst du das. E-Set-Mekka. Daher ist das ja, ein Mekka kannst du dich erst nennen, wenn du auch so eine Menge an Maschinen hast. Das hat ja die Bedeutung. Und dann habe ich einfach umgerüstet. Ich habe Kunden verloren. Ich habe aber sehr viele dazugewonnen, die dann gesagt haben, das feiere ich, diese Größe. Die Menschen brauchen schon eine gewisse Größe. Dieses Kleine, so von früher, die kleinen verstaubten Gyms. Ich sage mal so hier, mir würde das völlig reichen. Ich würde dir noch drei, vier Geräte reinstellen und dann würden wir hier ballern und machen. Aber diese Identität so mit diesem Sport haben die Menschen ja gar nicht. Heute ist das einfach, wie du sagst, die haben das schön beworben hier, mach dich fit für den Sommer. Ja, Sommer kommt ja. Ach, hier 99, zwei Monate, das kann ich nicht anbieten. Die kann ich wie Macfurt die Leute locken, damit sie nachher sowieso nur zahlen und nicht hinkommen. Das ist der Grund, wie du gerade sagst, das ist das Business-Geschäft-Modell von Ketten, denen es scheißegal ist, was mit denen da passiert. Und ich habe halt zu meinen Kunden natürlich nicht zu jedem einen Draht, aber wenn ich auf dem Laufband früh stehe und die Leute kommen rein, dann kenne ich die Leute zum Beispiel vom Insta-Namen oder ich wüsste, er ist Busfahrer. Und genau diese Connection mit uns im Studio, die macht das auch aus, warum die Leute immer wieder gerne kommen. Du, die könnten in Potsdam 200 Meter weiter auch in Superfit gehen, vielleicht für 5 Euro weniger, wobei mittlerweile die Ketten auch alle anziehen, also auch finanziell, ich mich da gar nicht verstecken muss. Mit 34,90 übrigens, Schleichwerbung pro Monat und alles ist easy. Aber wie gesagt, die Masse der Leute, da kannst du sagen, 80 Prozent in den, ach mehr sogar hat man wohl gesagt, 90 Prozent der Leute in Ketten zahlen nur, gehen da gar nicht hin. Und trotzdem ist es dann noch so zugeschissen, da sieht man mal einfach, was die für Mengen einfach an Leuten auch haben. Nun machst du ja nach wie vor Wettkampfbodybuilding. Ja. Und bist immer im Amateurbereich geblieben. Ja. So wie auch Manuel Bauer, den viele kennen. Ich erwähne ihn einfach mal, wenn er das sieht vielleicht, wir haben darüber schon sehr oft gesprochen, auch andere Athleten. Ich bin ja groß geworden mit Manuel Bauer, mit den Leuten, mit Markus Rühl, Ronny Rockel, wir kennen uns ja, oder Karle Kahlbach und so. Das ist ja alles aus meiner Ära. Und die sind natürlich alle dann zum Profibereich gegangen. Rockel ist damals quasi gleichzeitig in einem anderen Verband, damals Ostdeutscher Meister geworden, wo ich dann beim NAC Naber Ostdeutscher geworden bin. Also wir sind, ja glaube ich, ein Jahr auseinander. Das ist alles aus dieser Zeit. Und ich muss dazu sagen, natürlich wollte ich auch Profi werden, nur war der Weg damals nicht der, wie man ihn heute geht. Und das habe ich schon so oft erklärt. Und das ist gar kein Meckern auf die heutige Zeit. Aber Fakt ist, du kannst ja heute unter den Möglichkeiten dieser ganzen NPC-Veranstaltung weltweit, kannst du ja ganz anders an die, an die, an die, wie soll ich sagen, an das Projekt Procard rangehen. Damals musstest du erst mal Europameister werden. Also du musstest mal ganz lumpig, ich bin ja von Stinni, wie in Berliner Meisterschaft gewinnen. Dann fährst du zur Deutschen, dann musst du die gewinnen. Das heißt gewinnen, wir waren damals bei den, wir haben auch gar nicht weiter darüber gesprochen. Es gab nur Bodybuilding-Klassen damals. Es gab einfach nur Männer bis 70, bis 80, bis 90, bis 100 Kilo. Das waren damals die Klassen. Männer vier. Gab es noch gar nicht die Männer fünf mit diesen über 100 Kilo, glaube ich. Es war einfach offen nachher. Und dann gab es noch Frauen-Bodybuilding und ein paar Bodybuilding. Mehr gab es nicht. Es gab keine Bikini-Klassen, es gab nichts weiteres. So, wo wollte ich da jetzt hin? Wir sind wo gerade davor stehen geblieben? Ich habe gefragt, warum du beim Amateur gehst. Genau. Und diese ganzen Meisterschaften, was ich gerade sagte, da musstest du erstmal Deutscher Meister werden, dann zu einer EM fahren. Das war noch untersetzt EM und WM. Wie zum Beispiel Dennis Wolf. Dennis Wolf habe ich so damals mitverfolgt. Das wissen viele gar nicht. Den habe ich damals auch, wo ich zwei Bodybuilding-Veranstaltungen über den NAC gemacht habe in Potsdam, als Gast da eingeladen. Da ist er gerade groß geworden. Seitdem kennen wir uns eigentlich auch schon. Und du musstest erstmal Weltmeister werden. Und das bin ich alles erstmal nicht geworden damals. Ja, sondern ich habe dann was anderes gemacht. Ich bin 2002, nachdem ich ein, zwei, drei, fünf Jahre beim IFBB war, bin ich mal zu einem anderen Verband gewechselt, weil ich einfach mal gucken wollte, wie die so ihre Wäsche waschen. Und da ist der NAC damals entstanden. Das ist so ein Ableger, glaube ich, über den NABBER gewesen. Und die haben geile Wettkämpfe gemacht. Da gab es ja noch nicht so viele Verbände. Heute gibt es ja tausend Verbände. Und da bin ich eigentlich schlagen wie eine Bombe. Ich bin aber auch zu der Zeit ab 2001 auch erst vom Format her so geworden, dass ich dann eventuell auch mal international starten kann. Und das ist mir alles passiert. Ich bin dann da Ostdeutscher Meister geworden, Gesamtsieger, ich bin Deutscher Meister geworden, aber auch zu Recht und Gesamtsieger und bin dann zum ersten Mr. Universe, nee, ich rede scheiße, ich bin zur ersten WM damals nach Griechenland gefahren und bin dort ganz, ganz beschissener Vierter geworden. Ist jetzt auch egal. Und das waren meine ersten internationalen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Da waren übrigens Athleten damals bei, das habe ich letztens schon mal erzählt, die dann auch später auf der Mr. Olympia-Bühne waren. Also da waren viele ausländische Athleten bei, Spanien, dies, das, jenes. Und es gibt ja auch in anderen Ländern die Leute, die Profi werden wollten und da gab es einige, mit denen auf der Bühne stand, die später wirklich mal auf dem Olympia gelandet sind. Wir folgen uns auch mit zwei, drei Leuten dann noch heute, auch 20 Jahre später noch. Und in dem Verband kannst du ja nicht Profi werden. Also du kannst nur bei der IFB Profi werden. Und ich bin aber diesem Verband treu geblieben. Ich bin dann 2003 zum ersten Mr. Universum gefahren, bin, glaube ich, wieder Vierter geworden. Und dann 2005, auch wieder beim NAC, bin ich wieder beim Mr. Universum gewesen. Also vorher musst du immer aus Deutscher, Deutscher Meister. Ich war in meiner Barmühle, mir hat das Spaß gemacht. Ich hatte da echt ein gutes Format. Auch andere Athleten in Deutschland wussten, wer ich bin. Das war ja nicht so eine Connection über Insta wie heute, sondern du musstest schon mal zu einer Meisterschaft oder mal in einer Zeitung lesen. Ah, okay, bei dem Verband ist der und der vom Namen her mit Bild. So kannte man sich. Und ich bin einfach nicht zurückgewechselt in den Verband, weil du hättest dann wieder zur FPB gehen müssen, um dort diesen Weg zu gehen. Das habe ich nicht gemacht und deshalb kam es nie dazu, ob ich überhaupt die Chance gehabt hätte, damals mit dem Format überhaupt da anzukommen. Die FPB war dann auch ein bisschen komisch, was das angeht, wenn man zurückkommt aus einem anderen Verband. Das wurde nicht gern gesehen. Das ist ja heute teilweise noch so. Dann war ich damals schon tätowiert auf dem Rücken. Das hatte auch dann schon Nachteile, wo ich überlegt habe, passt das alles. Aber ich war einfach, wie ich bin. Wenn ich eben damals entschieden habe, ich will mich tätowieren lassen, dann habe ich es eben einfach gemacht. Da habe ich nicht darauf geachtet, ob ich jetzt ein Profi werde oder nicht. Ich habe immer gewusst, ich kann den Sport ja trotzdem professionell betreiben, was ich tue, auch als Amateur. Kann auch gut aussehen. Aber bin ich in der obersten Liga, im obersten Regal mit dabei, das war dann irgendwann, ist das so verflogen. Weil 2005, um es mal kurz zu machen, bin ich Vize-Mister-Univers gewonnen. Ganz komisch, mit ganz komischen Bewertungen. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn das jetzt schon im Amateurbereich schon so läuft, dass du hier eigentlich nicht mal in deinem eigenen Land noch gewinnen kannst. Das hat mich damals in Spanien geschlagen, was keine schlechten Athleten waren. Und wenn ich dir da Bilder zeige und du siehst diesen Wettkampf, dann seht ihr vielleicht mal, was vor 20, 30 Jahren, das habe ich mit Machen den Bauern schon mal besprochen, im Amateurbereich so eine scheiß WM, wie die alle aussahen. So sehen manchmal manche Leute auf manchen Pro-Qualify heute nicht mehr aus. Ja, also wir hatten doch schon ein ganz anderes Format damals. Und trotzdem hat es nicht gereicht, um wirklich Profi zu werden, um so auszusehen wie Karlbach. Karlbach, damals müsst ihr euch vorstellen, Kalle, hallo, schöne Grüße an dich, falls du nicht guckst. Mit dem durfte ich zweimal Gastauftritte machen zusammen. Das wissen viele gar nicht, dass ich auch mit Rühl mal zusammen Gastauftritte hatte bei der German Open. Ich als Amateur und er als Profi. Da war ich damals, nur mal so bei Rühl, war ich voll gefressen mit 130 Kilo. Und er war mit 130 Kilo hart, gerade von der, ich glaube, von irgendeinem Top-Wettkampf. Wir waren nicht zusammen auf der Bühne, aber an dem Abend war einmal er auf der Bühne und eigentlich einmal als Amateur. Und das Gleiche auch mit Karlbach. Und der Karlbach stand neben mir damals mit 145 Kilo und ich habe 125 gewogen. Und ich dachte schon, ich bin ein doller Typ. Und alle haben mir gesagt, alle, und dann kam er um die Ecke. Sagt die Karlbach was? Heiko Karlbach? Ja. Und leider haben wir ein bisschen Untergang in der deutschen Szene, auch ganz komisch bewertet worden. Ein Riesenkoloss in Berlin hier in der Diskothek, der sah mal aus wie eine Schrankwand. Also wirklich krass. Und da habe ich gesagt, okay, da bist du noch weit von weg. So haben wir uns reflektiert. Heute denkt jeder mit 105 Kilo, er ist Profi. Und das ist das, was mich manchmal so ein bisschen nervt, wenn die manchmal wissen, was wir für Formate damals in jungen Jahren eigentlich schon hatten. Und heute nimmt sich jeder raus, weil er mal irgendwo an der 120 Kilo Marke kratzt. Na, eigentlich bin ich doch schon Profi, weil alle das vom Gewicht abhängig machen. Und das sind eben für mich ganz viele eben nicht. Und deshalb dümpeln, und da bleibe ich bei, das habe ich schon oft genug in meinem Live-Chat erwähnt, es dümpeln einfach ganz viele mit ihrer Pro-Card rum, die sie bekommen haben, und haben halt diese Pro-Card. Und nun? Und dann passiert gar nichts mehr. Und da sage ich dir mal was ganz Ernstes. Weißt du, was ich glaube heute? Und das ist keine Einstellung deshalb, weil ich den Leuten das nicht gönne. Sie ist nun mal einfacher zu bekommen, die Karte. Das ist nun mal einfach so. Sie zu bekommen ist einfacher als vor 20 Jahren. 100 Prozent. Das Problem ist, durch Social Media, Fluch und Segen zugleich, glaube ich, dass manchen Leuten das heute wichtiger ist, einen Titel zu haben, als überhaupt mit dem Titel danach was zu machen. Ich glaube, dass es manchen einfach nur wichtig ist, die Karte zu erreichen. Das ist meine feste Überzeugung, weil man einfach zu viel sieht, die diese Karte haben und nichts daraus machen und weiter danach so rumdümpeln wie vor der Karte. Das heißt, sie zeigen keinen anderen Content, sie zeigen was vom Training. Das wäre das Gleiche. Ich mache einfach so weiter, weil ich jetzt in Mailand hätte ich vielleicht die Pro-Card gewinnen können bei den Masters. Das wäre möglich gewesen, deshalb bin ich da auch hingefahren. Dann hätte ich nämlich beim Masters Mr. Olympia mitmachen können. Das ist nämlich so für mein Empfinden noch mal so ein Abschluss, den ich mir in meiner Karriere für Bodybuilding auf der Bühne gern geben würde. Wenn die Möglichkeit besteht, mir war nie wichtig, noch mal Profi zu werden und alle, die mich kennen, wissen, ich scheiß auf die Pro-Card, weil es mir wirklich scheißegal ist. Ich bin deshalb kein besserer Mensch, ich werde deshalb nicht mehr Mitglieder in meinem Studio bekommen, ich werde deshalb vielleicht fünf Follower mehr haben, aber nicht mehr Geld dadurch verdienen und bilde mir auch nichts darauf ein. und deshalb habe ich gesagt, vielleicht ist es manchmal auch gar nicht verkehrt, diese Karte gar nicht zu haben, weil ich die Leute dann vielleicht anders wahrnehme oder du willst, dass du anders wahrgenommen wirst, das ist auch so ein bisschen und ich bleibe dabei, wie gerade erklärt, ich glaube, vielen Menschen insgesamt in dieser heutigen Gesellschaft ist dieser Titel, den ich mir dann auf mein Insta-Profil machen kann, genau wie der nicht sauer sei, falls du ihn hast, der blaue Pfeil, dass sie mehr gesehen werden oder dass sie besonderer sind und zu den Menschen gehöre ich nicht, auch wenn man mir das vielleicht nicht zutraut, ich bin in meiner Bubble mit meinem Gym absolut zufrieden, das ist mein Hauptaugenmerk, das ist real, jeden Tag, das ist kein Pflege, ich habe real, jeden Tag mit echten Menschen zu tun, ich kann den Sport den Menschen vermitteln, ich sehe meine Mitglieder, Insta ist cool, ich mache es gerne, ich vermarkte mich gerne darüber mit meinem Gym, das ist in erster Linie, was ich damit eigentlich möchte und wenn die Leute noch ein bisschen Bock an meiner Person haben, weil ich vielleicht nicht den ganzen Tag nur Grütze erzähle und euch was verkaufen will, dann ist das eigentlich mein Ding und ich bin ja trotzdem erfolgreich, ich bin ja deshalb nicht weniger erfolgreich als Menschen, die vielleicht eine Pro-Kart haben, ich meine, ich kann keinen schlechten, ich kann ja trotzdem einen guten Körper präsentieren, ich kann mein Training präsentieren und mehr machen die Leute auch nicht und Pro-Kart, ja hin und her, wir werden immer mehr Pros in diesem Tool haben in Zukunft, weil damit eben auch Geld verdient wird und das ist legitim. Wo ist denn der große Unterschied zwischen Amateur sein und Profi sein? Gar keine. Das ist ja der gleiche. Richtig. Der Hintergrund, den du machst, du arbeitest im Studio, du musst dein Essen machen, du hast nachher die Karte, aber du musst natürlich dann noch mehr investieren, körperlich und das ist der Unterschied. Das heißt, das Level ist höher oder? Ja, in vielen Dingen, die du für den Körper tust, ist das Level mit Sicherheit höher. Inwiefern? Also wenn man, ich meine, ich bin jetzt nicht okay. Den Körper zu unterstützen, wobei, wobei, das kann man heute immer alles gar nicht mehr ganz genau so sagen, das ist auch so ein Thema für sich. nicht, dass ich darüber nicht reden will, aber wenn bei mir manchmal Leute auf meiner Couch sitzen und mir erzählen, was sie sich alles schon in die Birne helfen, dann siehst du deinen Körper von 90 Kilo, der weder ausgeprägt noch Muskeln hat, viel zu viel Körperfett hat und die zeigen dir dann einen Plan, was sie nehmen. Da habe ich manchmal schon so da gesagt, ist das jetzt dein Ernst, dass du das da nimmst? Ja. Ich sage, wie lange denn schon? Ja, den letzten drei Jahren. Also auch dieses, wie die Leute mit dieser Thematik umgehen, boah, da fiegt manchmal echt aus den Schuhen. Also, wie jung die Leute sind. Findest du, dass der Konsum von Steroiden, ist ja nun auf der Sicht, dass der durch Social Media verharmlost wird? Ja, habe ich schon ganz oft erzählt. Was heißt verharmlost? Die einen nennt es Aufklärung, die anderen nennt es, wie ich, es ist keine Aufklärung. Es ist einfach so, dass uns bei diesem Podcast auch ein 14-Jähriger zugucken kann. Ganz einfach. Und der hat gewisse Dinge einfach nicht zu hören. Jetzt sagt wieder der Nächste, naja, der geht da bei Google rein, wenn er was wissen will, gibt er das ein. Richtig, aber dann muss er auch eingehen, was er wissen will. Wenn aber Leute den ganzen Tag im Internet darüber erzählen, ja, oder die erzählen dem, ich nehme was, ich nehme das und das und das und er erzählt gar nichts von den Nebenwirkungen. Und dann guckt der 14-Jähriger zu, Mensch, der sieht aber ganz gesund aus. Mensch, jetzt kann ja alles nicht so schlimm sein. Du kannst nicht in den Körper reingucken. Dann mache ich das vielleicht auch. Also sie werden vielleicht mehr dazu angeregt, vielleicht zu sagen, der das kann, wie lange macht der das schon? Fünf Jahre? Der ist ja immer noch fit, weil sie vielleicht das Negative schon mal gehört haben, was da passieren kann. Mir ist aber eins wichtig, wenn sie aufklären, dann erzählt auch nicht bloß immer die positive Seite, sondern zeigt auch mal die ganz lange Liste der negativen Seite. Das ist immer wichtig. Und dann sollte sich jeder damit ganz konsequent selber auseinandersetzen. Für was mache ich das? Für den Discoarm am Tresen würde ich der Spacko am Strand sehen, der immer ein bisschen auf die Kacke haut und du wirst die Leute haben, die genau deshalb Stoff nehmen? Oder machst du es wirklich, weil du etwas vorhast, wo du in Richtung vielleicht auch Wettkampf fühlst? Was dann ja Sinn macht, weil es nun mal dazugehört. Das ist nun mal so, wie es auch in anderen Sportarten dazugehört. Wir reden ja immer davon, dass es nur Bodybuilding machen, was totaler Käse ist. Leistungssport beginnt übrigens da, wo es mit normalen Mitteln aufhört. Merkt euch mal den Satz. Das ist ein sehr geiler Satz. Und so ist das auch in anderen Sportarten. Ob du jetzt im Radsport oder wo auch immer die Leute auffliegen. Und ich glaube mir, wir haben von über andere Sportarten gesprochen. Das ist ja nicht bloß Fußball und Handball. Ich glaube, dass in jedem Sport mit guten Ärzten vernünftig nachgeholfen wird. Und da bin ich mir sogar 100% sicher, da könnt ihr mich jetzt auch alle verhauen, ist mir egal. Leistungssport beginnt dort, wo es mit normalen Mitteln aufhört. Ja, mit normalen Mitteln aufhört, genau. Und das ist einfach so. Nur sagt es dir immer keiner. Und im Bodybuilding ist es halt immer ganz einfach. Naja, das sieht man doch, dass du irgendwie unterstützt oder was nimmst. Das ist der Unterschied. Beim Radsportler siehst du das nicht. Ein Radsportler mit Blutdoping, und da kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich da noch Leute von früher kenne. Was meint ihr, was da los ist? Ihr werdet alle rückwärts auf den Arsch klatschen. Ja, die sehen alle aus wie 60 Kilo Hungerhaken, aber sind von Hacke bis Nacke zu. Genauso zu mit Mengen wie Bodybuilder, die auf der Wettkampfbühne bei Mr. Olympia stehen. Und da hast du mich gerade gefragt, wo ist der Unterschied? Ja, die nehmen mit Sicherheit auch mehr und vielleicht nochmal Dinge, von denen ich nichts weiß, wobei ich das gar nicht so glaube. Aber es ist dann auch der Kampf, den du mit dir kämpfen musst. Willst du das alles? Weil ich glaube, ganz viele sind immer an dieser Kante. Ich bin eigentlich ein guter Amateur, so wie ich, aber wenn ich jetzt Profi werden will, dann müsste ich noch eine Schippe rauflegen. Will ich das vereinbaren mit der Gesundheit? Weil Fakt ist, du solltest immer über deine Gesundheit nachdenken, wenn du diesen Sport so ausübst. Das machen mit Sicherheit die ganzen Top-Leute, weil sie Ärzte haben, die an ihrer Seite sind, ihnen wahrscheinlich auch die ein oder anderen Dinge geben, die da Gegenspielen machen und tun. Da könnte man jetzt einen ganzen Podcast draus machen, wahrscheinlich aus wissenschaftlicher Sicht. Aber die Leute gehen mit Bedacht ran. Das ist mal Fakt. Nur der ganze Mainstream und das ist nachweislich wohl durch Studien gesagt worden, dass schon 80 Prozent der Männer in einem Fitnessstudio, also allgemein in Deutschland, schon alle mal genascht und probiert haben, da meistens noch was los ist. Weil alle denken, das ist das Allheilmittel. Damit wirst du schneller an dein Ziel kommen. Und dann begreifen eben viele Menschen, okay, jetzt habe ich mir eine Teste injiziert, habe mir irgendeine Diana Bull mir ins Schnäuzchen geklopft und jetzt ziehe ich ein bisschen Wasser, nehme mir Wicht zu. Aber sie denken einfach, sie müssen weniger tun. Die Muskeln wachsen von allein und da sind wir wieder beim Thema von Anfang, netti oder nicht netti. Sie müssen beide das Gleiche tun. Du musst trotzdem ordentlich essen, du musst eigentlich normalerweise dann auch mehr essen, um mehr Erfolg mit Muskelwachstum zu haben. Du musst eigentlich noch härter trainieren und du musst sogar noch besser regenerieren. Du musst alles auf einem höheren Level noch verbessern. Aber die Leute draußen denken, nee, die Spritze, die Tablette, macht das alles. Wenn du angefangen hast und Kontakt zum Radsport hattest, wie war das denn mit den Jungs, die da dann neben oder nach dem Radsport im Fitnessstudio rumgerannt sind? Ich weiß einfach noch von damaligen Leuten, die noch Kontakt einfach hatten, auch zur Radsportszene, was da so los ist. Das ist einfach so. Ich habe jetzt nicht andauernd Kontakt, nur in Frankfurt-Oder waren halt Leute, die nachher auch in Westengang sind später. Ich bin ja auch von Frankfurt weggegangen und mit denen hat man halt hier und da mal auch Kontakt behalten und hat man sich auch über Tour de France unterhalten, gerade die Zeiten um Jan Ullrich damals, den wir natürlich alle gefeiert haben, weil ich gucke auch heute noch Tour de France, weil mich das einfach interessiert. Das ist schon krass, was die Jungs da machen, aber mir war auch klar, dass wenn du bei 40 Grad Hitze 12 Prozent Steigung und mehr hochfährst mit 50 kmh, dann hat das nichts mehr mit Training nur zu tun, dann ist das einfach auch unterstützend. Fälle aus. Warum soll ich denn noch bei mir lügen? Natürlich ist das nicht so möglich naturell, aber trotzdem arbeite ich aber auch 5 Tage die Woche, also wer mich verfolgt, deshalb, ich finde das gar nicht schlimm, deswegen habe ich es gerade gesagt, Profisport beginnt dort, wo es normalen Mitteln aufhört, fertig, das ist nun mal einfach so. Es ist weltweit so oder warum läuft jedes Jahr jemand die 100 Meter immer schneller? Wie soll das gehen? Wir Menschen sind ja nicht irgendwie jetzt, haben wir kein Superfood. Natürlich verbessern sich viele Dinge aus ärztlicher Sicht oder auch aus dem Essen, aber vieles wird ja auch schlechter auf der Welt und deshalb geht es gar nicht anders. Es wird halt nur vertuscht und nicht erzählt und man darf immer nicht vergessen, es gibt genug Medikation auf diesem Planeten, die das so vertuschen können, dass du eben bei einer Dopingkontrolle eben auch nicht entdeckt wirst, um es einmal nur mit einem Satz sozusagen. Und wer da der cleverste ist, da funktioniert das halt. Jetzt haben wir ja eine jüngere Generation, ich weiß nicht, wie sehr du die mitkriegst, die jetzt so 18, 19, 16, 17, gehen ja viele jetzt ins Filmstudios und es gibt 15, 16. Noch jünger, wenn wir jetzt mit 13, 14 gehen, das geht echt los. Weil, ich meine, die werden ja natürlich jetzt inspiriert und motiviert durch jetzt Urgesteine wie du und auch natürlich Markus Röhl und die ganzen jüngeren Bodybuilder. Wie findest du das denn sonst? Ich meine, die fangen ja an wegen Social Media. Das wäre ja zu deiner Zeit undenkbar gewesen. Aber die fangen nicht an, weil sie, glaube ich, ein Urgestein wie Markus Röhl oder mir folgen. Die finden es aber bei mir nicht schlecht, mal Kontakt zu jemandem zu haben, der da so lange schon mit dabei ist, weil folgen tun die ganz anderen Leuten. Ja, die gucken halt jüngere Leuten zu, ob die jetzt in O's zu gucken, der erst über 20 ist. Aber die gucken schon anderen Leuten zu. Das siehst du eben auch bei mir teilweise an Support-Shirts, die sie so tragen, was ich auch immer ganz cool finde. Sie feiern das also. Finden sie eigentlich total gut. Aber wie meinst du, dass ich ihnen das irgendwie nahelege, den Sport mehr oder anders? Wir hatten keinen Bezug zu irgendeiner Person, um da hinzugehen. Es war nachher eigentlich bei mir, wenn du das mal so siehst, wo ich 14 war, 16 war damals, hat es mich einfach, ich fand es einfach selber geil, so ein Training zu machen. Ich musste das ja für mich selber entdecken. Bis ich den Kalle kurze Zeit danach kennengelernt habe mit dem Fitnessstudio und dann gesehen habe, aha, hier gibt es auch Leute noch bei ihm, die haben noch mehr Muskeln. Oh, da bin ich rückwärts umgefallen, da gab es ja welche mit Oberkörper und dann hat er mir mal erzählt, was die alle machen. Das sind alle Bankdrücker, das sind alle Powerlifter. Das war so Inspiration und dann habe ich gesagt, man, so viele coole Geräte, dann hat er mir das alles erklärt und dann hat er gesagt, ja, das ist für Bodybuilding und dies, das. So bin ich darin gewachsen. Wir hatten gar keine Vorbilder. Ich konnte gar kein Vorbild haben, weil ich habe ja erst gelernt, aha, jetzt gibt es eine Flex-Zeitung, hier gibt es eine Sport-Revue, was sind das da für Jungs drin? So bin ich in den Sport reingewachsen. Also ich hatte keinen, der mich da so in dem Sinne inspiriert hat, außer eben diese Person, Frank Schark damals, der dieses Fitnessstudio in Frankfurt-Oder hatte, wirklich keine unbekannte Person. Also wenn du alte Bodybuilder fragst, die kennen ihn auch, der war damals, lass mich lügen, glaube ich, einer der Ersten, der 300 Kilo gedrückt hat. Das war ja vor 30 Jahren, war das ja richtig viel. Also das weiß ich nicht, also das war Zahlen gigantisch, da habe ich gesagt, was ist da los? Und die haben uns inspiriert und der Typ sah krass aus, der hatte, weiß ich nicht, 130 Kilo, ich war 16 und habe gedacht, was ist denn das? So, der hat ein cooles Auto gefahren, wie vorhin schon bei Kalle, das ist doch, ich war 16 und ich sehe doch, wie heute ein 15, 16er ist, das ist, die sind von allem, oh wow, wenn ich mit dem irgendwie rede und sage, Mensch, dein Arm sieht ja süß aus, dann ist der happy, dass ich ihm das erzähle und so habe ich mich auch gesehen und dann hat er mir damals mal oben am Abend so gesagt, na los, dann machen wir ordentlich Training. Das war Motivation für die ganze Woche. So musst du das sehen, so eine Leute haben mich immer, ich habe immer gehofft, das fällt mir gerade ein, dass der immer kurze Sachen anhatte, damit man sich in seinen Muskeln sieht, weil der war immer so versteckt unter den Klamotten und im Sommer stand der am Tresen immer, Frank Schak, Frank, vielleicht siehst du diesen Live-Shets hier aus Frankfurt mal, da habe ich gedacht, Wahnsinn, so möchte ich aussehen, das fand ich total inspirierend, der war braunig, und ein Goldkettchen und war total mann, ich finde sowas einfach immer gut, immer so diese Extreme irgendwie, muss nicht immer ganz extrem sein, aber einfach mal anders wie der normale Durchschnitt, das war nachher irgendwann auch mein Ziel, nicht übertreiben, aber sehr einfach anders als der normale Durchschnitt, und das habe ich locker geschafft, das habe ich schon mit 20 geschafft, hat man sich einfach abgehoben, und viele Kumpels haben mir überlegt, krass, wie du dich entwickelt hast damals, hat keiner gesagt, ich damals aus meinem Freundeskreis, aber die Leute haben das nicht verstanden, warum man das jetzt irgendwie so feiert oder so gut findet, das ist ja nicht wie heute, wo du eine gewisse Community feiert, oder der Mainstream feiert, oh krass, kommst du irgendwie hin und so möchte ich aussehen, ich hatte nicht das Umfeld, die gesagt haben, ich möchte auch so sein, da kam auch keiner zu meinen Kumpels damals, ey, kannst du mir mal zeigen, wie das geht, so wie heute, oh, was machst du denn dafür, dass du so ein Oberarm hast, du warst ziemlich alleine damals damit, das war kein Mainstream, das war so ein Underground-Ding, muss man echt so sagen, vielleicht war es gar nicht schlecht, muss man manchmal sagen, das heißt auch die Bodybuilding-Klasse, die schwerste war damals unter 100? Ne, Ü 100, über 100, also bis 80, bis 9, nee, vier Klassen, bis 70 Kilo, das war leichter wie bis 80, bis 90, bis 100, aber bis, naja, hinter, nach 90 war egal, ich habe da im ersten Wettkampf, habe ich 91,7 Kilo Übungen und war im Schwergewicht Männer 4 und hatte da Glück, da waren noch Leute bei dir, die haben 108 Kilo gewogen, aber ich bin damals wahrhaftig zweiter geworden, weil ich echt eine gute Symmetrie in meinem ersten Wettkampf hatte und wir nur noch zum Glück vier Leute waren, aber ich bin damals Vize-Berliner Meister in meinem ersten Wettkampf gewonnen, ich bin nach Hause gefahren, ich dachte, ich bin der beste Bodybuilder der Welt, das war für mich Motivation noch drei und danach habe ich richtig den Hund gerochen, weil beim ersten Wettkampf oder anders, ein Jahr vorher habe ich mich schon mal vorbereitet mit Kalle, aber ich habe es noch nicht verstanden, was dazugehört vom Mindset, dass man sich auf so eine Zeit richtig besinnt, das durchzuziehen, so wie heute, wenn ich heute mein Ding mache, fange ich Tag 1 an und dann ist es so. Ich bin damals zur Tankstelle gefahren, heute lachen wir drüber, Karl und ich, damals fand ich das nicht lustig. Ich bin zur Tank gefahren und habe gedacht, na, wenn jetzt keiner kijkt, dann holst du mal drei Maxi-Kings, lässt die mal schnabulieren, einen flattern und dann ist es gut, das sieht er doch nicht, das kann ja nicht so schlimm sein. Ich habe also gar nicht verstanden, dass das kalorisch außerhalb des Plans ist. Ich hatte einen Zettel und das sollte ich fressen, und das hat er mitbekommen und das ist das Geile an ihm als Mensch, er hat dann damals zu mir gesagt, Andi, das breche ich noch hier ab, weil du wirst nicht in Form kommen bis zu dem und dem Tag und da war ich damals sogar fast froh, weil, oh, eigentlich konnte ich mal da essen. Ich habe das noch nicht verinnerlicht. Das ist auch das, wo immer viele Leute mich feiern, Andi, dass du das so jeden Tag mit dem Essen so machst. Ich sage, ja, ich habe das nicht immer gleich verstanden in meinen jungen Jahren. Ich musste das erlernen, dass das eine Normalität ist, so würde ich es jetzt mal nennen wollen und nicht, dass das eine Belastung ist. Ich habe das in jungen Jahren immer als Belastung gesehen, weil ich wollte auch mal meine Currywurst essen mit Bromis. Da kann mir das keiner mehr verbieten ein Leben lang, so habe ich gedacht. Doof gedacht, nur, dass du das mal so verstehst. Bis ich verstanden habe, es gehört zu einem Lifestyle das komplette Ding dazu. Nicht wie die meisten heute. Training funktioniert, drei, vier Tage gehen sie alle, bleiben auch drei Stunden, fressen, funktioniert nicht, Lifestyle leben, Wochenende will ich auch mal feiern gehen. Klar, wenn du von Freitag, Samstag zwei Tage Vollgas Gas gibst mit Alkohol, dann ist es nicht der Lifestyle. Dann ist es für mich ein Alibi-Sport, den die Leute machen. Das ist Alibi-Training, um sich so ein bisschen gut zu fühlen, besser als gar nichts zu tun, aber es hat nichts mit Lifestyle, Fitness-Lifestyle zu tun. Und ich sage dir ganz ehrlich, so wie es ist, es gibt viele junge Leute, die den leben, finde ich total geil, feiere ich jeden, aber umso älter du wirst, ich finde, umso perfektionierter und mehr lebst du ihn, weil du nicht mehr weggehst zum Beispiel. Das sind ja so Dinge, ich war die absolute Feierlotte früher. Für mich war jedes Wochenende wichtig. Ich habe 16 Jahre Tür gemacht. Da war ich jedes Wochenende Tür und sind wir danach noch in die anderen Clubs gefahren. Das war für mich, ich habe mir gedacht, das werde ich doch ein Leben lang machen. Und dann siehst du irgendwann, wie so eine Sachen im Leben abflachen. Absolut, das hätte ich auch nicht gedacht. Und heute brauchst du mich nicht mehr fragen. Das ist so, und umso mehr erlebe ich den Lifestyle heute noch von Montag bis Sonntag. Früher habe ich einen Hochbus von Montag bis Freitag erlebt, sag ich mal. Und Wochenende war so ein bisschen, gut, aber damals hat der Körper das noch anders verknust als heute. Und deshalb feiere ich jeden, der in jungen Jahren so eine Sachen schon durchzieht, weil ich habe es damals nicht gleich begriffen, dass man das den ganzen Tag machen muss und nicht bloß die erste Mahlzeit und die letzte Mahlzeit, sondern noch drei dazwischen auch ordentlich essen muss. Und das verstehen viele nicht. Das ist ein Lifestyle. Nun ist ja heutzutage, ich sage mal gerade, dass der Kraft-Dreikampf, Powerlifting ist ja wesentlich populärer geworden. Vielleicht auch, weil man sich noch ein bisschen einfacher mit Zahlen miteinander messen kann. Das ist ja auch schön. Was bei mir beim Bodybuilding immer schwer ist, weil ich das nicht positiv nicht verstehe. Und natürlich war es auch so, man braucht schon eine relativ lange Vorbereitung, um dann auf so einem Wettkampf sich vergleichen zu können. Das ist ja für jemanden, der da jetzt noch nicht drin ist, eigentlich relativ abstrakt. Wie hat sich das verändert bei dir und deinem Umfeld auch? Siehst du jetzt auch mehr, die mehr ins Powerlifting gehen oder ist es bei dir im Gym klassisch gut aussehen? Klassisch gut aussehen. Aber du hast bei mir trotzdem viele, die absolut Werte auflegen. Nicht, weil sie von mir einen Plan haben, sondern die es wahrscheinlich aus dem Internet irgendwo Leuten folgen. Sag mal, die folgen dir, weil du so eine Übung zeigst und denen auch erklärst, dass es einfach vielleicht das ist, wobei du vielleicht hoffentlich auch nicht so bist, dass du sagst, dass mein Training das Nonplusultra ist, weil das darf man eigentlich den Leuten nicht sagen. Sie sollen selber herausfinden, worauf sie Bock haben. Und bei mir gibt es Leute, ganz Junge, die fangen an mit Kreuzheben, die machen das Bankdrücken unbedingt frei bei mir, wo ich ja mal bei mir sage, ich habe ein Leben lang nie freies Bankdrücken gemacht und habe trotzdem dicke titten. Ich will den Leuten nur veranschaulichen, weil ich letztens erst wieder jemand hatte, aber Andi, es wird doch immer im Internet gesagt, du musst die Grundübung machen. Ich sage, zeigst du mir das Buch, wo das steht? Wer sagt das? Das sind immer so Dinge, die werden in diese Fitnessszene reingeknallt. Du kannst auch dein Leben lang an der Brustpresse, im Sitzen, im Liegen, horizontal, quer, seitlich drücken. Hauptsache, du steuerst die Brust an, dann wirst du da auch Muskelwachstum generieren oder du machst nur am Kabel, dann wirst du auch eine Brustwachstum haben. Aber ich höre immer, du musst, ich sage, du musst gar nichts und das ist das Problem, es wird immer dieses, du musst das so machen von vielen Leuten verkörpert. Ich sage immer, ihr müsst gar nichts, ihr wollt es. Das heißt, wenn du unbedingt das so willst, das frei, weil das so inspiriert und du keine Schulterprobleme hast, obwohl es eine richtig anstrengende Übung ist, wenn du sie nicht richtig machst für deine Schulter, das muss man einfach so anerkennen, genau wie Lazien im Nacken, dann mach sie bitte noch die Übung. Lass dich doch nicht von jemandem ableiten wie mir, der sagt, du kannst es doch in der Brustpresse machen. Wenn du Kniebeuge frei, die Mutter aller Grundübungen frei machen willst, mir aber danach erzählst, richtig Bene wachst nicht, dann würde ich dir eine Empfehlung geben, dass es isoliertere Übungen gibt als eine Kniebeuge. Eine Kniebeuge ist nicht isoliert. Da sind die meisten Muskeln des Körpers bei, da muss ich den Leuten das erklären. Und wenn du schon Kniebeuge machst, dann mach sie richtig oder lass sie. Und die meisten Menschen machen keine gute freie Kniebeuge. Das muss man einfach so sagen. Oder du nimmst sie an die Hand, wie du in deinem PT und zeigst ihm, wie es geht. Ob in der Schnellkraft, ob in der Maximalkraft, ist ja scheißegal. Aber du musst es richtig machen und das machen viele nicht. Das machen aber auch viele Leute ihre Übungen nicht richtig in der Maschine, weil sie es sich nicht zeigen lassen. Weil es eben schon anfängt, dass die Maschine nicht richtig eingestellt ist. Das sind so simplen Sachen. Wenn ich eingestellt bin auf zwei Meter in der Maschine, bin aber bloß 1,60m, dann kann die Maschine nicht so funktionieren, wie ich es will. Wenn der Hebel des Arms vielleicht dann noch nicht passt, na wie soll ich dann irgendwas richtig anstellen? Nein, das muss man den Leuten erklären. Ansonsten, ich habe ganz viele, die auch ganz einfach noch Klimmzug machen, die das freie Bankdrücken nutzen. Die Bank würde ich am liebsten rausschmeißen und eine Maschine holen. Aber nein, ich lasse den Leuten für frei. Du kannst bei mir auch Kreuzheben freimachen, du kannst poltern lassen, du kannst auch freie Kniebeuge machen. Alles frei, das ist ein riesen Handelbereich. Und den nutzen auch alle. Aber es gibt auch Leute, die sagen, nö, möchte ich nicht, tut mir weh in der Schulter, ich möchte nur Maschinen nutzen. Ich habe querbeet alles. Ich habe auch jahrelang zwei, drei Powerlifter bei mir gehabt. Ja, nö, querbeet. Von jung, vor allem von 14, wirklich bis 60, alles vor Ort bei mir. Also eine gute Mischung. Meine älteste Kundin ist 79. Cool. Damit gebe ich immer an. Und mein Ältester war 65 und war auch topfit noch. Also richtig gut. Meiner hat das erste Mal hier Kraftrein gemacht in ihrem Leben. Echt? Ja. So spät? Ja. Ihre Tochter war erst hier. Aber meiner, der mit 60 fast, hat auch erst mit 55 angefangen. Ja, aber ist schön. Also ist auch krass, finde ich. Bin ich immer sehr stolz drauf. Und sie ärgern sich im Nachhinein, dass sie es nicht schon früher gemacht haben. Das ist eigentlich das schönste Kompliment oder dass plötzlich Leute dann mal merken, der Sport ist nicht so eintürig und so plump oder wir waren vorhin wieder bei Bodybuilder sind doof. Nein, das kann auch alles richtig Spaß machen. Aber die Menschen limitieren sich teilweise mit ihren, das ist etwas, was ich sehr oft mitbekomme, sie limitieren sich mit dem, was sie kennen im Studio und machen auch nur noch das. Und das langweilt, Herr Operneute, wie jedes Mal dasselbe. Und ich sage den Leuten immer, eigentlich kann Training gar nicht langweilig werden. Und wenn du bloß deinen Trainingsplan, der so dasteht, mit vier Übungen mal rückwärts trainierst, dann hast du schon eine Veränderung. Die Leute sind einfach nur nicht inspirativ. Sie denken immer, das kenne ich, da bleibe ich bei, der Plan, da fühle ich mich wohl, Komfortzone, da nehme ich 70 Kilo. Sie ändern wenig. Und das ist das Problem im Bodybuilding, warum viele Menschen auch nicht weiterkommen, sage ich einfach. Natürlich die Ernährung an erster Stelle, aber sie limitieren sich mit dem, was sie kennen im Gym. Das heißt, oder anders erkläre ich den Leuten das immer, Routine ist geil, Ernährungsroutine perfekt, die auch zu verändern mal hier und da. Aber im Training eine Dauerroutine zu haben, kann langfristig auch Stillstand sein. Und das musst du den Leuten auch erklären. Kommt raus aus diesem, ja, ich mache die Übungen so gerne, weil ich da fühle ich mich schon wohl. Und dann sind noch fünf Angeräte da, die vielleicht auch mal benutzt werden sollten. Oder überhaupt mal zweckentfremd von Maschinen und so weiter. Die Lust einfach daran zu haben, mehr zu entdecken, als einfach nur, ich habe nur diese sechs Maschinen und dann mache ich das. Das ist das, was ich den Leuten bei mir mal mit auf den Weg gebe oder sage, du, wenn du nicht an die Maschine rankommst, du kannst das Ähnliche auch mit der Maschine machen. Das finden die Leute, glaube ich, auch geil. Und da bleiben leider viele immer drauf hängen, auf ihren acht bis zehn Wiederholungen machen. Wenn ich sie frage, jahrelang schon immer diese Planung. Ich sage, Leute, wenn du immer nur das machst, was du kennst, du kennst die Sprüche, dann wirst du auch bleiben, was du bist. Das ist einfach so. Die nehmen auch nicht, es geht nicht immer um mehr Gewichte nehmen, aber irgendwo musst du dich natürlich auch steigern ein bisschen mal. Also es muss ja auch mal weitergehen und so weiter. Und manche Leute trainieren seit Jahren immer das Gleiche. Bei Bankdrücken habe ich meine 100 Kilo, da fühle ich mich mit Wohl, da habe ich meine 10 Wiederholungen, manchmal mache ich auch 11, 12. Ich sage, hast du dich verändert körperlich? Nee, nicht wirklich. Das heißt, die bleiben einfach stehen. Das ist einfach so. Und die meisten wollen ja in diesem Sport immer weiterkommen. Ich höre immer, ich will mehr Muskeln. Hier wäre ein wenig Fettgeiler. Ich sage, da müsst ihr auch ansetzen dementsprechend. Jetzt hast du ja so diese absolute Begeisterung für dieses Trainieren in dich. Das ist ja eigentlich deine Identität. Also daraus ist ja alles andere entstanden. Denkst du, dass das bei dir einfacher gelandet ist, einfach weil du in einer anderen Atmosphäre noch anfangen konntest, wo sich mehr um dich gekümmert wurde? Ich hatte das Glück mit dem Kalle, muss ich ganz ehrlich in dem Podcast hier mal so sagen. Da bin ich so dankbar für und ich hoffe, dass wir lange noch miteinander zu tun haben können. Der hat mich behutsam, wie es Fund schon mal erzählt hatte, in diesen Sport gemacht. Und das hast du teilweise auch nicht. Während die Kids dann einfach, sage ich mal, wenn sie zu mir kommen, ist das auch behutsam auf eine gewisse Art und Weise, weil ich schon mit dem Gespräch der Eltern am Tresen den Jungs erkläre, wenn ihr zu mir ins Gym kommt, Leute, ist mir eins ganz wichtig, belagert bitte nicht die Geräte mit euren Handys. Könnt ihr alles mitnehmen? Könnt ihr alles machen? Ich muss ja gucken, wie rede ich mit denen? Aber die Eltern, sage ich mal, stehen dann dahinter, die sind dann manchmal mein Alter. Ich sage, hier sind Leute, die wollen Sport machen. Das heißt, kommt her zu mir, weil ihr Bock habt, in jungen Jahren, finde ich übrigens cool, so früh anzufangen. Habe ich auch gemacht, erzähle ich immer. Aber lernt ihr gleich von Anfang an richtig. Spinnt euch hier nicht aus, versucht euch nicht gegenseitig egotechnisch zu zeigen, wer schafft mehr. Und das kommt, glaube ich, an, dass man es sagt. Und wenn ich es manchmal sehe, sage ich auch, Leute, nehmt doch mal drei Scheiben runter, geht tiefer in den Hackenschmitt zum Beispiel. Und ich glaube, dafür sind die dankbar. Das ist vielleicht wichtig, dass das heute ist. Viele Jugendliche gehen aber einfach in eine Kette, die Eltern sagen, hier für 9,90 Euro, komm, gehst doch mal da hin. Dann stehen sie in der Halle und was ist denn? Und so habe ich letztens erst jemand gehabt. Also bei mir, oder ich kann es kurz mal erzählen, ich habe jetzt gerade zum PT bei mir jemand aus Leipzig, der ist 40, 38 ist der, seit zwei Jahren in dem Sport, hat vorher einen ganz anderen Sport, also Motocross, ist in einem Studio gemeldet, wo keiner ist, der ihm zeigt, wie es geht. Das heißt, der weiß nicht, wie Training geht. Obwohl man ja eigentlich sich im Internet ein bisschen belesen kann, YouTube, bla, bla, bla. Und dann sieht man ja, sagt er, ja, dafür habe ich keine Zeit. Der ist selbstständig, hat eine Firma, der kommt aus Leipzig, der kommt jetzt gerade die zweite Woche schon, dreimal die Woche aus Leipzig zu mir, aus Leipzig. Also er fährt anderthalb Stunden zu mir, ist anderthalb Stunden bei mir und fährt anderthalb Stunden zurück. Das muss man erst mal wollen. Klar, er kann es sich finanziell leisten, okay, jetzt trainiert er 14 Tage bei mir, schwitzt beim Training, hat er noch nie gemacht, das muss man sich mal vorstellen, das ist nur eine Anekdote. Und er sagt, es ist ja wahnsinnig, wie der Körper mir wegpflichtet und ich mache nicht mal was Besonderes, weil ich führe ihn erst mal ins Bodybuilding oder ins Krafttraining ein. Der sagt, das Körpergefühl, der sieht wirklich nach 14 Tagen, sieht ja echt voller aus, weil der mal seine Muskeln benutzt hat. Und das, was ich hier gerade erzähle, könnt ihr weiterdenken, das passiert glaube ich ganz viel in allen Studios in Deutschland. Sie trainieren nicht richtig, weil es ihnen keiner zeigt. Und wenn du mich so fragst, ob ich da beruhsamer reingefallen bin, ja, schon allein durch die Gewichtheber damals, die auch gesagt haben, du kannst hier mittrainieren, nicht dem nicht quatschen, zieh dir das Schuhwerk da an und dann machst du mit. Dann hat man gleich diesen Effekt gehabt, du bist mit dabei. Das geht an deiner Kette nicht. Da bist du einfach einer von vielen. Nummer 134. Viel Spaß hier drin. Viel Spaß. Die dürfen ja alles nutzen. Viel Spaß. So, ja, dann stehst du da. Und du weißt es nicht. Und bei mir ist es wenigstens so, ob es die Leute nutzen oder nicht, kostenlos natürlich, Trainingsplanung, nach einem Format zu trainieren, nach einer, ja, nach einer Vorgabe. Das ist glaube ich, was den meisten heute fehlt. Die gehen in den Trainingsraum, ach, da ist frei, gehen wir mal da ran. Ach, hat man das nicht Montag erst? Also sie sind gar nicht im Training, in der Planung, im Flow. Und das fehlt mir. Das ist das, was ich hier gerade erzähle, das ist Gang und Gb in Deutschland. Und deshalb wirst du auch immer mehr Menschen sehen, die auch wieder keinen Bock, oder die nicht da hingehen. Und das ist einfach, weil sie nicht in die Hand genommen werden. Du kannst sie nicht alle an die Hand nehmen, aber ein bisschen musst du sie an die Hand nehmen. Und das machen die Ketten halt nicht. Das heißt diese, ich meine, es ist ja Autorität, das wird ja irgendwie immer sehr schlecht dargestellt. Ich hatte auch Riesenglück, ich hatte damals einen Athletiktrainer, ich war ja in der Sportschule, also ich bin ja ein Kind des Leistungssports, und ich hatte einen Athletiktrainer, der mir von Anfang an, habe ich Hochleistungssport, innovatives Athletiktraining gehabt. Also mit olympisches Reißen, aus den Lichtthemen, Umsetzen und diese ganzen Sachen, die jetzt alle im Crossfit und so irgendwie cool sind und so und üblich sind. Aber das hatte ich, da war ich elf Jahre alt. Das heißt, das Erste, was ich gelernt habe, war, so machst du eine Kniebeuge und natürlich alles Leistungssport, kein Bodybuilding, es ging immer nur um Leistung, aber ich hatte halt richtig Glück. Da bin ich Erik Helm, der ist jetzt Athletiktrainer, Frauenfußball, VfL Wolfsburg, war Glück, also so viel Glück muss man erstmal haben, auch mit dem, was ich jetzt gemacht habe. Aber dann hast du ja über diese Autorität letztendlich halt diesen positiven Einfluss und trotzdem ist es ja eigentlich das, was irgendwie immer weiter reduziert wird oder abgestumpft wird und alle hängen an ihren Handys. Wie, jetzt gibt es ja diese ganzen Trainings-Apps und diese ganzen Trainingspläne. Findest du, die sind da ein Tropfen auf dem heißen Stein? Findest du, das ist trotzdem gut? Was würdest du dir wünschen? Ich bin dann, jetzt fange ich mal an, nochmal so ein Ding rauszuknallen. Ich bin Oldschooler, ich halte davon gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Sage aber immer, wenn Menschen ihr Essen tracken, das ist ja so modern. Einfach Apps, wo du eingibst, auch den Apfel, die Banane, auch den Schrott, den Döner, alles was du reinknallst, dass du einen Überblick behältst. Finde ich es cool, damit die Menschen verstehen, du musst einen Überblick von den Kalorien und der Nährstoffverteilung. Das finde ich gut. Aber was ist eine Trainings-App? Was soll ich da drin machen? Also bei mir gibt es einen Zettel mit Papier noch. Das ist kurios, und das merkst du denn heute, ich bin Oldschooler. Die Leute sollen einfach einen Stift nehmen, das Ding ist in der Folie, nehme ich einfach mit, kann ich nehmen es die Ritling und trage mir mal die Gewichte ein. Die Leute machen heute einfach nur noch so, es wird abfotografiert mit dem Handy und dann wird das abtrainiert. Aber sie notieren sich nichts. Und das ist eine Entscheidung, die sie ja selber treffen. Sie wollen den Zettel nicht beihaben. Das merke ich einfach. Ich bin dann wahrscheinlich too much für sie. Sie gucken dann lieber ans Handy und gucken einfach das abkopierte, abfotografierte, aber dann wird nichts eingetragen. Und das ist das, wo ich sage, es geht mir nicht darum, dass du Bestwerte da einträgst. Es geht einfach darum, dass du eine Orientierung hast, weil du bist Anfänger. Du bist Anfänger und weißt doch gar nicht an meinen 60 Maschinen, was will ich hier nehmen. Und als Orientierung kannst du doch mal an der Maschine 22, aha, das ist schräg beim Bankdrücken, schreibe ich mir mal hin bei den 15 bis 20 Wiederholungen, die der Bosse mir vorgibt, kann ich mal eine 60 raufschreiben. Weil bei den ganzen Maschinen weißt du in drei Wochen nicht mehr, was hast du hier genommen. Ah, ja stimmt. Ob sie es danach dann wirklich weitermachen oder nicht, weiß ich nicht. Von daher, vielleicht ist es einfach besser für manche, es dort einzutragen, aber es nimmt mir alles zu viel Zeit weg, so immer alles im Handy zu machen. Ich habe meinen Blick darauf total gewandelt. Okay. Ich hatte, in der ganzen Zeit, als ich noch in einem öffentlichen Gym trainiert habe und nicht nur bei mir selbst, war immer so, wenn die so ein Heft dabei hatten, so die Powerlifter zum Beispiel, da fand ich immer so ein bisschen, könnt ihr euch das nicht merken, weil bei mir im Leistungssport, weil das ja so wenig Übungen sind, war es immer so, ist doch, eigentlich kennst du deine Gewichte, wenn du ein olympisches Gewichtheben machst oder eigentlich schon. Das sind ja wenige, da gibt es wenig Variationen. Das ist echt eigentlich stinklangweilig, deshalb ist mein Training auch nicht cool, weil ich mache olympisches Gewichtheben, was es ist. Und dann dachte ich immer so, kann man sich das nicht merken? Dann kamen diese ganzen Trainings-Apps auf und mein großes Problem mit diesen Apps ist, du hast immer das Handy an. Das heißt, deinen Daumen aus der Trainings-App zu Instagram, Facebook, whatever, WhatsApp, ist so schnell, dass du eigentlich das ganze Training nur am Handy bist. Weshalb ich jetzt wieder sehe, analog ein Heft haben oder was auch immer und das aufzuschreiben ist, auch wenn es total oldschool ist, ein vernünftiges Rezept dafür, nicht am Handy was anderes zu machen als zu trainieren. Ich finde Training, Film, das mache ich selbst auch und auch wenn ich damit kein Geld verdiene, vollkommen legitim, auch um sich zu kontrollieren und das ist auch vollkommen okay, wenn man sich einfach nur filmt, weil man irgendwie das posten will oder es präsentieren will, es folgt, darum geht es. Was ich sehe mit diesen Trainings-Apps, ist, man hat das Handy in der Hand und ich glaube, das Schlimmste daran ist, dass man das Handy in der Hand hat, weil man nicht mehr in diesem, ich würde mir auch wünschen, also ich trainiere sehr viel ganz alleine hier, wenn wirklich keiner da ist, dann höre ich nebenbei Podcast oder habe halt Musik an und Podcast, weil ich mich sonst einsam fühle, so ein bisschen. Echt, kannst du dann trainieren mit dem Podcast laufen? Ja, weil ich ganz alleine bin. Ich habe ja keine, ich habe keinen Trainingspartner. Sound an? Musik? also ich habe Musik und dann in den Kopfhörern noch ein Podcast. Und dann machst du mit dem Podcast in den Ohren, machst du Kniebeheuer? Ja. Okay, das muss man können, aber darauf stellst du dich ein. Wobei ich das natürlich auch schon seit jetzt, also ich mache jetzt Leistungssport auch mit, seit 16 Jahren, das heißt, es ist so ein bisschen und ich habe Motivation, habe auch, also motivatorisch habe ich schon auch Probleme, so das ist schon schwierig alleine, aber versuche da meine Wege zu finden. Ich finde aber wirklich, so ich würde total gerne bei dir reinkommen und sagen, ey, kein Handy und auch wenn es nicht mein Training ist, aber dieses Feeling zu ergreifen, das versuche ich in meinem Training so ein bisschen natürlich die Leute eine Stunde kein Handy. Ja, perfekt. Auch wenn die bei mir das Trainingsprogramm per App noch bekommen, damit sie ihre Gewichte eintragen und das halt von Woche zu Woche einfach sehen, dann sehen sie da hin. Aber später nicht während des Trainings. Genau. Ja, aber es ist aber perfekt, wenn du es so raushältst. Das ist immer so anders. Wäre mir gern, wenn sie zur Seite gehen und das schnell eintragen, ist auch okay, aber sie müssen es ja wieder weglegen, weil es weitergeht. Das heißt, wir haben ja ein festes Programm, das wir abarbeiten und dann sehen sie, ey, bei sechs Wiederholungen Kniebeuge habe ich diese Woche zweieinhalb Kilo mehr geschafft und dann in der App steht dann der Bestleistung. Das ist ja auch geil für die. Aber ohne Handy ist wirklich, ist eigentlich magisch. Das ist eigentlich eine Romantik, die man gar nicht mehr kennt. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so doof, dass ich das einfach auch mir erhalte. Ich habe auch, weil ich vorhin sagte, früher gab es einen Tresen, da hat man gequatscht. Das war der einzige Ort im Studio, wo du gequatscht hast. Ansonsten bist du durch den Raum gegangen, da haben sie geschnauft, da und das fand ich schon bemerkenswert damals. Ich glaube, sowas kann sich eben keiner mehr vorstellen, wenn er nicht aus der Zeit kommt, vor allem aus einer Zeit, wo dieser Sport nicht, ein Breitensport war, gar nicht. Und ich versuche das wahrscheinlich meiner Art auch immer noch so zu verkörpern. Das hat man immer noch einen Tresen stehen, vielleicht bräuchte man den Tresen gar nicht mehr. Aber es ist so ein Ort des Zusammentreffens bei mir, vor allem mit einer Couch. Das will ich mir einfach halten. Das ist wirklich vielleicht fucking oldschool. Und bei mir liegt dann auch noch eine kleine Ablage mit einfach den Trainingsplänen. Ich weiß, dass viele Leute ihn manchmal nur die erste Woche nutzen. Ich sehe es ja immer, wenn ich es mir angucke und dann nicht mehr. Mir geht es aber darum, dass man mal grundsätzlich erst mal lernt, seine Gewichte zu kennenzulernen. Irgendwann, wenn ich drinne bin wie ich, ich muss mir das nicht mehr aufschreiben. Vor allem ist es für mich nicht wichtig. Ich merke es mir. Ich merke es mir wirklich. Nach so vielen Jahren merke ich mir, was ich an der Maschine im Grundsatz so trainiere. Und wenn ich merke, ich mache drei, vier Wiederholungen, dann lasse ich den Satz sogar weg, mache Zehne mehr oder Zehne weniger und dann fange ich an, meine Sätze zu machen. Ich habe das aber so im Blut. Ich weiß genau, wie ich das mache. Wenn du manchmal siehst, wie langsam manche Leute so an den Geräten dann da so hin und höher, bevor, und dann wo und noch. Das ist so ein Flow, den habe ich drin. Das erlernst du. Das erlernst du. Das habe ich auch den Leuten gesagt. Erlerne das Training, erlerne das Essen. Das ist ein Lernprozess. Und erlerne auch, deine Gewichte kennenzulernen. Du kannst dich ja nicht nur steigern. Du kannst denn, sonst müsste ich heute fünf Millionen Kilo irgendwo drücken. Das heißt, du wirst irgendwo ein Limit finden, dann frequenzierst du es über Wiederholungen, über Trainingssysteme fertig aus. Mehr ist Bodybuilding nicht. Die Leute denken immer, es ist irgendwas Verrücktes. Die sollen einfach intensiv trainieren, fertig. Sie müssen sich kaputt machen können und das schaffen viele nicht. Weil Bodybuilding arbeitet es. Da sind wir wieder. Nun gibt es ja einen großen Unterschied zwischen Bodybuilding, also ist ja primär Muskelaufbautraining und halt Leistungssportorientiertes Training, also für die Leistungssportarten, Powerlifting und alibisches Gewichtheben. Nehmen wir mal die beiden, die ja am meisten sind. Die unterscheiden sich ja in vielen Bereichen unter anderem auch, dass die Trainingszeit beim Bodybuilding, wenn man sich professionelle Bodybuilder anguckt, die Trainingszeiten sind relativ kurz. Also die allermeisten trainieren, soweit ich weiß, zwischen 60 und maximal 90 Minuten. Aber maximal dann schon. Während im richtigen Kraftsport, also meine Einheiten sind wesentlich länger, weil ich zwischen diesen Sätzen diese ewigen Pausen machen muss. Also ich mache zwischen dem Kniebeugesatz drei bis fünf Minuten Pause. Bei zwei, drei Wiederholungen. Ja. Das ist ja was anderes. Anders Training, aber ganz anders. Weshalb natürlich auch dieses vielleicht so ein bisschen dieses Rumgehänge im Gym. Also man sieht es bei so manchen Powerliftern. Das ist ja normal. Der sitzt auch einfach mal fünf Minuten, macht die Bandage ab, macht es wieder ran. Genau. Und dann adaptieren viele das für ihr drei mal zehn Wiederholungen Bankdrücken. Richtig. Und du bist ja eigentlich jemand, wenn ich das so verfolge, bei dir bei Instagram, sagst ganz konsequent, man muss nicht super heavy schwer trainieren. vier bis sechs Wiederholungen machst du ganz selten. Aber kann man ruhig. Aber für einen Anfänger, was ist immer schwer, das habe ich vorhin mal erwähnt. Für einen Anfänger, der heute anfängt, ein 15er war da, der steht vor mir, kriege ich einen Trainingsplan. Ich sage, Mensch, du bist jetzt eh mal da gewesen. Ob ich dir jetzt, guck mal hier, hier ist ein Trainingsplan. Und jetzt, was machst du damit? Kennst du die erste Übung? Exerziste? Lern meinen Lahn doch erstmal kennen. Das ist das, was ich auch den Leuten vermittle. Woanders ist es so, ich hast einen Plan, viel Spaß. Und komm zu Weihnachten wieder und dann fragst du mich mal. Das habe ich dem heute gleich erklärt, lern doch meinen Lahn erstmal kennen. Lern doch erstmal die Atmosphäre kennen. Wo steht was? Das A, hier ist der Abteil, wo Beinburger ist. Hier ist so mehr der Abteil, wo du so, das bringe ich den Leuten nahe. Das ist viel, viel wichtiger, bevor die jetzt anfangen, irgendwie vier bis sechs oder acht bis zehn Minuten. Das ist am Anfang total unwichtig. Und, ich komme immer vom Fahren ab. Dein Thema war gerade gewesen, was? Meine Frage wäre, weil du bist ein konsequenter Verfechter, du musst nur eine Stunde trainieren. Genau. und Stunde, naja, Stunde Leistungskurve. Einfach rein wissenschaftlich. Die Leistungskurve geht bei Menschen, wenn du ordentlich ackerst. Ich rede von ordentlich ackern. Die meisten ackern nicht ordentlich, deswegen können sie auch zwei oder drei Stunden im Studio haben. Ganz einfache Erklärung. Die Leistungskurve geht runter und das merkst du auch. Wenn du wirklich ackerst und du im Leistungssport, du machst du jetzt nicht drei Stunden lang, machst du Kniebeugen oder machst du Kniebeugen drei Stunden lang? Nicht nur Kniebeugen, aber noch ein paar andere Sachen. Aber andere Sachen, okay. Aber du machst nicht eine Sache so lange. So, was soll ich jetzt die Brust, was soll ich, Brust wollen immer alle besonders magisch bearbeiten. Brust ist einer der kleinsten Muskeln mit am Körper. Wie die kleinste Brust. Ich sage, ist es einfach. Was soll ich da lange brauchen? Da mache ich vier Übungen und fertig. Und warum ich immer sage, mach doch bloß 60 Sekunden Pause. Wisst ihr, warum ich das oftmals manchen Leuten sage? Damit sie überhaupt mal Intensität ins Training bekommen. Das ist mal ganz ehrlich eine Antwort darauf. Mich fragen die Leute mal, was ist denn das Beste? 60 oder 90 Sekunden. Ich sage, Digga, du kannst doch 95 Sekunden sagen. Dann kann ich auch nicht sagen, das ist falsch. Das hängt natürlich von deinem Training ab. Wenn du natürlich bei mir auch als Bodybuildermann einen schweren Kniebeugen gesetzt hast, ob das Kniebeuge frei ist oder ein Belt Squat, auch immer, dann wirst du nicht nach 60 Sekunden wieder in der Maschine sein, weil der dann überpacet. Das geht nicht. Aber das einem Anfänger zu erklären, totaler Schwachsinn. Der Anfänger, wisst doch gar nicht, was intensive Training heißt. Also sagt sie ihm ganz einfach, so ein 15-Jähriger, pass mal auf, du machst jetzt hier 15, 12, 10 und dazwischen machst du 60 Sekunden bis Pause. Damit er nicht ewig und überhaupt anfängt, an sein Handy zu gehen, was wir die als Thematik gerade hatten, versuche ich einfach eine gewisse Schnelligkeit in dieses Training zu bringen, weil schneller trainieren bedeutet natürlich, er muss intensiver ackern. Also die Intensität wird durch die kürzeren Pausen erhöht von den Leuten. Ob sie es immer genauso einhalten, um mal da das Handy für nutzen, mal wirklich 60 Sekunden Pause zu machen, um wieder am Gerät zu sein, weiß ich nicht. Aber das ist das, warum ich das sage, mach doch einfach mal 60 Sekunden Pause. Natürlich brauchst du manchmal 90, zwei Minuten oder drei, oder wir hatten Sätze früher, wir haben auch 250 Kilo Kniebeau gemacht, damals mit 25, 26. Habe ich letztens erst erzählt, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, in der Multipresse aber, und tief, sechs bis acht oder acht bis zehn, da haben wir manchmal einfach fünf bis zehn Minuten danach da lang gelegen, bis überhaupt der Puls mal wieder normal war und dir nicht zum Kotzen übel war. Und dann sind wir den nächsten Satz gegangen. Aber das in Trainingssession, das brauche ich im 15-Jahren Anfänger nicht erklären. Weil ob man da jemals hinkommt, wissen wir nicht. Und deswegen muss man sich immer ein bisschen einstellen. Und ganz viele kommen, wenn man ganz ehrlich ist, vom Trainingsalter, wie lange sie schon effektiv, progressiv auch mit einem Plan trainieren, kommen ja über das Anfängerniveau nicht so richtig hinaus. Weil die meisten dann eben in ganz jungen Jahren, merkst du leider auch, weil wir gerade über diese 14, 15, 16 Jahren, es gibt die, die ambitioniert jetzt schon auch schon zwei Jahre bei mir sind, aber du siehst bei ganz vielen Verträgen aus diesem Alter, dass sie, Wahlzeit, dass sie, dass sie maximal ein Jahr bei uns sind und dann sind die Flauseln noch so, ach, ich habe wahrscheinlich eine Freundin kennengelernt oder mich interessiert noch mal eine andere Sportart. Es ist eigentlich ein Alter, wo noch gar nicht, man müsste eigentlich sagen, eigentlich ist 14, 15 noch gar nicht das Alter, um damit anzufangen, weil die meisten in dem Alter noch gar nicht die Perspektive, sich fest auf eine Sportart zu setzen. Da kann auch mal interessant werden, vielleicht noch wirklich Handball zu spielen oder was auch immer. Was ich dich sowieso noch fragen wollte, du meintest ja, Body and Fight Gym war ja irgendwann mal auch Fight. Wie war dein Kontakt zum Boxen? Hast du selber geboxt? Nein, gar nicht. Ich habe natürlich als Türsteher ab und zu mal da mitgemacht, weil ich die Trainer bei uns kannte. Wir hatten wirklich Kickboxen drin, MMA, Graveling und ich habe einen Boxsport vor allem mit drin gehabt. Die waren eingemietet mit Kinderboxen, so ab drei bis vier sogar schon. Fand ich eigentlich ganz cool. War auch alles cool, aber das ist dann teilweise immer weniger geworden. Ich habe einen Bezug in sofern, dass ich MMA absolut mag, dieses ganze MMA, UFC, richtig cool, aber ich musste mich einfach damals wirtschaftlich entscheiden, dass das einfach Käse war, so von der Auslastung her. Das war eigentlich nicht der einzigste Grund. Ansonsten Kampfsport, geil. Ich bin ja da auch an vielen anderen Sportarten interessiert. Also nicht so ein typisch verkappter Bodybuilder, der jetzt nur Bodybuilding im Kopf hat. Das ist auch, was ich jemand draußen echt sagen kann, auch den Kiddies. Bodybuilding ist nicht alles, interessiert euch vor allem auch für andere Sportarten, dass man auch mal so ein anderes Mindset bekommt und dass es auch mehr auf der Welt gibt, als es nur einen dicken Bizet hat. Das sollte man nicht vergessen. Also ich kann auch, ohne Probleme könnte ich mit Bodybuilding nicht den Sport aufführen, aber ich könnte mit Bühnensport aufführen. Ich muss mir das eigentlich im Prinzip gar nicht antun. Ich habe aber auf diese Challenge einfach Bock. Das ist einfach total geil. Weil es ist etwas, was nicht jeder kann, da wurde sich wirklich die Spreu vom Weizen trennt, ein Genussmittel essen, immer auf Verzicht zu machen oder kontrolliert zu verhungern. Das ist ja ein Stück weit kontrolliertes Verhungern. So eine Wettkampf.de zum Ende hin, so nennt man es wirklich. Und das musst du wollen, weil es ist für viele ein Genuss, ein Konsum. Essen zu konsumieren, ist ein Genuss. Und das abzugeben, das wollen viele nicht. Und deshalb bewundern es viele auch mit der Disziplin, das finde ich auch gut. Und deshalb machen es auch so wenige und deshalb sollten viele immer die Schnauze halten, dass sie auch so aussehen könnten, wenn sie dann doch nur das nehmen würden. Am Ende entscheidet deine ganze Ernährung, dein Cardio, dein ausgerechnetes Energielevel, was du mit deinem Essen vereinbarst, entscheidet darüber, dass du in Form kommst, fertig aus und nicht irgendeine Spritze oder irgendeine Tablette. Wie findest du, hast du diesen neuen Trend mitbekommen mit Ozanpec? Diese Fettverbrennungsgeschichte. Und haben die ja kein Hungergefühl mehr zulässt. Gab es aber schon früher auch so etwas Ähnliches. Aber was soll ich euch immer sagen, die Welt erfindet immer genau das für die ganzen Faulen. Weil wir haben mehr faule Menschen auf dieser Welt als wirklich Leute, die Bock haben, eine Disziplin an den Tag zu legen. Und deshalb finde ich das leider nicht gut, dass man sowas erfindet. Ich glaube, für den Adipösen, den man jetzt nicht einfach ins Studio schicken kann, dem der Bauch, sag ich mal, bis zu den Knie hängt, weil es eben einfach aus irgendwelchen psychischen, sozialen Gründen so passiert ist, dass er so aussieht, nicht mal nur aus krankheitsbedingten Gründen. Dem damit zu helfen, dass die Leute dann wirklich mal runter von Gewicht kommen, finde ich alles cool. Aber sowas nutzen eben Weiber, die eine ganz kleine Speckfalte haben und dann sagen, oh, ich fühle mich zu dick und das ist eben das, was ich dann gefährlich finde. Und dass man eben alles nicht mehr mit eigener Disziplin schafft. Alle tun immer so, ah, ich kriege das Bauchfett am Bauch, kriege ich nicht weg. Ich sage, doch, du kriegst es weg. Aber du musst disziplinierter sein. Warum kriegen es alle Leute weg? Also immer diese Ausreden und dafür ist das natürlich ein gefundenes Fressen und da so viele Leute faul sind und immer an dem kleinen Mängeln so hier rummeckern, wirst du für sowas immer Abnehmer finden und deswegen kannst du für so eine Scheiße auch richtig Geld nehmen. Und das wird immer so sein, der Mensch sucht sich immer den Weg mit dem geringsten Widerstand. Und das haben wir alle intrus. Wenn wir könnten so wenig wie möglich tun und so viel Geld wie möglich verdienen, das ist nun mal einfach so. Das steckt ja auch irgendwo drin. Nur nicht jeder lebt so. Du nicht, du machst mehr als du vielleicht müsstest und ich muss auch jeden Tag ran. Selbstständigkeit ist selbst und ständig, da musst du jeden Tag ran. Ist so. Und mir macht es Spaß. Schlimm ist, wenn es dir keinen Spaß macht. Wie gesagt, ich sage auch immer so schön, dass du besser als richtig arbeiten müssen. Richtig. Oder seine Arbeit nicht als Arbeit zu sehen, dann hast du sehr viel richtig gemacht. Andreas Bosse, vielen Dank.